Der Spitzname Anarcho wurde mir gegeben von einem Uni-Professor, als ich in philosophischen Unterhaltungen immer die anarchokapitalistische Position vertreten habe. Das Wichtige bei Anarchie zu verstehen ist, dass es nichts mit Chaos und sozialer Unruhe zu tun hat, sondern mit genau dem Gegenteil. Der größte Mindfuck überhaupt ist zu realisieren, dass der Staat genau dieses Chaos hervorruft, was er der Anarchie immer zuschreibt. Das Wort Anarchie bedeutet einfach nur, dass es keine Herrscher gibt. Das heißt nicht, dass es keine Regeln gibt. In einem System mit Herrschern kann es keine Regeln geben, die allgemein gültig sind, denn die Herrscher stehen immer über den Regeln. Für ein anarchistisches System braucht es vor allem eins, ein gesundes Verständnis von Eigentumsrechten. Erfahre mehr über Anarchie im Alexanarcho-Podcast. Seid gegrüßt, meine lieben Objektivisten. Herzlich willkommen zurück zum Alexanarcho-Podcast mit der Serie, die wir gestartet haben. Um die Tugend des Egoismus. Ich möchte irgendwie immer die sagen, die Tugend der Freiheit, aber das war ein anderes Projekt. Damals ging es mit Mary Rothbard um die Ethik der Freiheit und heute soll es um die Tugend des Egoismus gehen. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Rekapitulieren. Eine Tugend ist etwas Positives. Etwas, das wir anstreben, ein Ideal, das wir verwirklichen, suchen. Und ja, heute werden wir das erste Kapitel aus dem Buche Die Tugend des Egoismus lesen. Und ich muss an dieser Stelle ganz zum Anfang erstmal ein Wort des Dankes aussprechen an Charles Krüger. Lieber Charles, du, also es ist unglaublich, wenn du einmal meine Links teilst, da gehen die Downloads nach oben und dann geht die Stimmung nach oben und alles ist super. Also für die Leute, die jetzt hier von Charlie auf mich aufmerksam gemacht wurden, herzlich willkommen. Falls das die erste Folge ist, hört euch vielleicht die Folge davor an, weil wir ja jetzt hier mit einem Buch einsteigen, was von einer Russin geschrieben wurde. Und damit ihr vielleicht so ein bisschen Hintergrundinformationen habt, über wer diese Person ist und wie die so drauf ist, hört euch einfach die Folge davor an. Ja, ich habe ein bisschen Feedback bekommen. Einerseits beim Vorlesen mussten die Leute teilweise Sätze zurückspulen, weil man es nicht genau begriffen hat. Das liegt jetzt vielleicht auch daran, dass wir hier philosophische Texte lesen und die sind nun mal etwas komplexer und der Satzbau besteht aus mehr als nur neuen Wörtern irgendwie. Ich versuche das langsam zu lesen, beziehungsweise dann nochmal auf die Syntax von den Sätzen einzugehen, dass man das immer gut verstehen kann. Und ich bitte das zu entschuldigen, falls hier ja nicht alles rüberkommt. Deswegen kommentiere ich das Ganze ja auch, dass man eben, falls man jetzt mal einen Satz nicht verstanden hat, das trotzdem sinngemäß mitbekommt. Und die andere Kritik, die ich bekommen habe, ist, dass meine Audio-Files sehr, sehr groß sind. Das liegt daran, dass ich meine MP3s immer als insane Quality exportiere, also die höchste Qualität, die es so gibt. Ich werde da vielleicht ein bisschen mit rum experimentieren und dann müsst ihr euch nicht immer so viele M-Bits oder M-Megabyte aufs Handy laden. Okay, ich denke, das war es zur Einleitung. Heute steigen wir ein mit einem Killer-Kapitel. Also ich sage Killer im Sinne von, das ist schon heftig, weil das sind 30 Seiten, die wir heute lesen. Nicht 30 DIN A4-Seiten, sondern, was ist das hier, ein bisschen größer als DIN A5. Ist jetzt auch nicht super klein gedruckt, aber es hat mich schon mal eingeschüchtert. Und der Titel heißt, die objektivistische Ethik. Und ich meine, eigentlich könnte das Buch auch die objektivistische Ethik heißen, weil da eben ja eigentlich alles drunter fällt. Deswegen bin ich mal gespannt, was wir da heute erkunden werden. Dann würde ich sagen, das wird eine lange Folge, also schwurbele ich jetzt hier gar nicht lange rum. Vielleicht nur noch einen kleinen Spoiler-Alert. Ich spoiler das jetzt direkt weg. Für die Leute, die Atlas Shrugged lesen wollen, ja, Pech gehabt. Entweder ihr spult jetzt vor, haltet euch die Ohren zu oder sonst irgendwas. Also für mich persönlich, wenn ich einen Spoiler mitbekomme, dann ist das jetzt nicht super tragisch, ja. Wenn es nicht jetzt sowas ist, wie Snape tötet Dumbledore. Ups, habe ich jetzt hier gerade Harry Potter gespoilert. Oder Dan is Gossip Girl. Ups, habe ich jetzt hier gerade Gossip Girl gespoilert. Ja, also für mich persönlich, ich habe da immer noch Spaß daran. Selbst wenn ich weiß, ja, was passiert. Und so, jetzt kommt der Spoiler zu Atlas Shrugged. John Galt ist ein Mensch in diesem Buch, ist der Protagonist, ist der ideale Mensch von Ayn Rand. Und der verkörpert jetzt also, der personifiziert die objektivistische Ethik. Und der hält, der tritt erst sehr spät in Atlas Shrugged auf. Und er hält da eine unglaublich lange Rede. Ja, die Rede in Atlas Shrugged ist, glaube ich, über 60 Seiten lang. Und jetzt werden wir gleich hier einen Auszug von dieser Rede lesen. Aber einen sehr kurzen Auszug. Aber nur, dass ihr das einordnen könnt. Ja, für die Leute, die jetzt nicht vorhaben, Atlas Shrugged zu lesen. Oder die es schon vergessen haben sollten. Ja, also, wenn ihr vergessen habt, dass es John Galt gibt, dann habt ihr irgendwie das ganze Buch verpasst. Aber genau, nur, dass wir das einordnen können. Also, dieses Kapitel, was ich jetzt lesen werde, ist ein Vortrag von Ayn Rand an der Universität von Wisconsin beim Symposium Ethik in unserer Zeit. In Madison, Wisconsin am 9. Februar 1961. Holy fuck. Holy fuck. Also, ich nehme das jetzt am 8. Februar auf. Das ist ja dann fast, ja, toll. Okay, gut, damit steige ich direkt ein. Ich lese vor. Da ich über die objektivistische Ethik sprechen soll, werde ich zu Anfang ihren besten Vertreter zitieren. John Galt aus Atlas Shrugged. Oder der Streik. Zitat. Jahrhunderte. Der durch euren Moralkodex heraufbeschworenen Notzeiten und Katastrophen hindurch habt ihr gejammert. Euer Kodex sei gebrochen worden und die Notzeiten seien die Strafe dafür. Dass die Menschen zu schwach und zu eigennützig sind, das erforderliche Blut zu vergießen. Ihr habt den Menschen verflucht. Ihr habt das Dasein verflucht. Ihr habt diese Erde verflucht. Doch nie habt ihr gewagt, euren Kodex in Frage zu stellen. Während ihr weiter gejammert habt, dass euer Kodex gut, die menschliche Natur aber nicht gut genug sei, ihn zu befolgen. Und keiner stand auf und fragte, gut, gemessen woran? Ihr wolltet wissen, wer John Galt ist. Ich bin der, der diese Frage gestellt hat. Also, vielleicht noch mal zum Rekapitulieren von Atlas Shrugged. Es gibt ein Thema, was sich durch das ganze Buch durchzieht und das auch schon so ein bisschen in unsere heutige Zeit übergeschwappt ist. Und das ist die Frage, wer ist John Galt? Ja, also wie gesagt, John Galt tritt erst sehr spät in Atlas Shrugged auf. Und wir wissen halt, bis zu seinem Auftreten eigentlich nicht, ist das jetzt nur ein Mythos oder ist das eine tatsächliche Person? Und wie gesagt, ja, hier der erste Satz. Ein Rand schreibt, die objektivistische Ethik hat einen besten Vertreter und das ist eben John Galt. Und ein Rand hat diese Fiktion von Atlas Shrugged geschrieben, um eben ihre Ethik, ihre Philosophie in einer fiktiven Person zu bündeln. Und diese fiktive Person ist eben John Galt. Also, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ja, John Galt hält hier diese Rede. Die wird weltweit gebroadcastet auf allen TV-Stationen, auf allen Radios, ja, überall. Und alle Leute kennen eigentlich diese Frage, was eigentlich nur wie so eine rhetorische Frage ist. Ja, wer ist denn John Galt? Ja, also, keine Ahnung, sagt mir, wie viele Sternlein stehen. Ja, wer ist John Galt? Also, so nach dem Motto, wer soll das schon wissen? Und jetzt auf einmal, ja, wird dieser Stimme ein Ausdruck verliehen. Und John Galt meldet sich eben zum Wort und sagt, this is John Galt speaking. Und er hält jetzt hier also seine Rede. Und er sagt dann immer wieder, ja, ihr habt gefragt, wer das ist. Und ich war derjenige, ja, wer, ihr habt immer gefragt, oder warum ist keiner aufgestanden? Ja, wir haben einen Moralkodex, diesen Altruismus, dass wir uns gegenseitig aufopfern müssen und so weiter. Das hatte ich ja in der letzten Folge schon angesprochen. Und die menschliche Natur ist einfach nicht so. Ja, wir sind alle eigennützig. Und Gier ist ein Teil unserer Natur. Und Egoismus ist Teil unserer Natur. Und immer wird halt der Mensch verteufelt und gesagt, ja, der Mensch ist nicht gut genug für die Moral und so weiter. Und dabei wird nie gefragt, warum haben wir diesen Moralkodex? Ja, warum haben wir diesen Kodex des Altruismus? Und, ja, jetzt sagt John Galt eben, Leute, hier bin ich, ich stelle diese Frage. Ja, ich bin derjenige, der hier aufbricht, um zu rebellieren. Gegen den Status Quo, gegen diesen Altruismus. Okay, ich lese weiter. Ja, dies ist eine Zeit moralischer Krise. Euer Moralkodex hat seinen Höhepunkt erreicht, die Sackgasse, in die er führt. Und wenn ihr weiterleben wollt, dann müsst ihr nicht zurückkehren zur Moral, ihr, die ihr nie eine gekannt habt, sondern sie entdecken. Zitat Ende. Also, das war der Ausschnitt aus der Rede. Und sein Punkt ist jetzt also, Leute, ja, die menschliche Natur war schon immer eigennützig, war schon immer egoistisch. Das ist jetzt nicht wirklich unser Beef. Unser Beef ist, dass wir keine Moral haben, die unsere Natur entsprechend einfängt, ja, sondern wir haben praktisch eine Moral, die unmöglich ist für uns Menschen zu erreichen und die uns immer zu niederen Geschöpfen macht, ja, weil wir eben zu kurz kommen, weil wir eben letztendlich doch immer eigennützig sind. Okay. Und jetzt macht Ayn Rand eben weiter. Also, das war jetzt so die schöne Intro, okay. Ganz, ganz, ganz interessant, ja. Ja, Ethik als Wissenschaft befasst sich mit der Entdeckung und der Definition eines solchen Kodex. Also, der Kodex, wie sollen wir entscheiden, wie sollen wir handeln. Und ich finde, ich hebe das eben hervor, ja, Ethik als Wissenschaft, weil normalerweise, wenn wir uns in der Akademie bewegen, dann ist das keine Wissenschaft, ja. Wenn wir Akademiker fragen, dann sagen die immer, ja, eine Ethik, eine Moral, weil das kann abhängig sein von der Kultur, in der wir uns bewegen. Und in Papua-Neuguinea ist es halt ethisch, dass wir uns gegenseitig auffressen, ja, Kannibalismus-mäßig, weil die Leute machen das da eben, ja. Das heißt, die Moral ist immer nur deskriptiv. Sie beschreibt nur einen existierenden Zustand, anstatt dass sie normativ ist. Also, ja, deskriptiv, wir beschreiben etwas und normativ, wir schreiben etwas vor. Und da nach ein Rant wäre jetzt also, und nach Rothbard übrigens auch, Ethik ist normativ und wir Menschen müssen jetzt Kraft unseres Verstandes und mit unserem Verstand diese Grundsätze erschließen, ja, und die müssen logisch sein. Und Rothbard würde jetzt zum Beispiel sagen, sowas wie Universalisierbarkeit, ja, dass wir eine Regel aufstellen können, die für alle Menschen zu allen Zeitpunkten, an allen Orten gilt. Das wäre zum Beispiel eine, ja, notwendige Bedingung für eine, für einen Wertekodex, für eine Ethik. Okay. Also, ne, und ihr merkt hier vielleicht schon, oder vielleicht merkt ihr es auch nicht, deswegen erzähle ich es euch jetzt nochmal. Wenn ihr jetzt zu einem Akademiker hingeht, ja, jemanden, der seinen Doktortitel hat und so weiter und so fort, und der sagt dem, ähm, Ethik ist eine Wissenschaft, das heißt, sie ist objektiv, das heißt, unabhängig von der Gesellschaft, in der wir uns bewegen und so weiter, dann rollen sich dem die Fußnägel hoch, ja. Weil, äh, normalerweise sagt man immer, ja, die Wissenschaft soll wertefrei sein, ja. Das heißt, wir wollen da keine persönlichen, ähm, Wertemeinungen injizieren in unsere Beobachtungen, in unsere Thesen, sondern wir wollen das alles ganz unabhängig machen. Und natürlich, wenn ich jetzt sage, ja, äh, ich schreibe dir jetzt vor, wie du zu leben hast, nach dem Motto, dann ist das natürlich für viele Wissenschaftler, ja, eine Ketzerei, ja. Da gehört man in die Hölle dafür. Okay, als Vorbedingung für die Definierung, die Bewertung und die Akzeptanz eines bestimmten ethischen Systems muss man zuerst die Frage stellen, warum braucht der Mensch einen Wertekodex? Ja, und das finde ich jetzt auch eine ganz interessante Frage. Ja, warum tun wir uns jetzt diese 30 Seiten an, warum beschäftigen wir uns damit? Und das ist vielleicht jetzt auch die erste Lektion, die wir alle mit nach Hause nehmen können. Lassen Sie mich das ausführen. Die erste Frage lautet nicht, welchen bestimmten Wertekodex soll der Mensch annehmen? Die erste Frage lautet, braucht der Mensch überhaupt Werte und warum? Ist der Begriff von Wert, von Gut oder Böse eine willkürliche menschliche Erfindung ohne Bezug auf Herleitung aus nicht gestützten Tatsachen der Realität? Oder basiert er auf einer metaphysischen Tatsache, auf einer unabänderlichen Bedingung des menschlichen Daseins? Ich benutze das Wort metaphysisch im Sinne von in Bezug auf die Realität, auf das Wesen der Dinge, auf das Sein. Verlangt eine willkürliche menschliche Konvention eine bloße Gewohnheit, dass der Mensch seine Handlungen anhand von Prinzipien leiten muss? Oder gibt es eine Tatsache der Realität, die eben dies verlangt? Ist Ethik das Reich von Launen, also von persönlichen Emotionen, gesellschaftlichen Geboten und mystischen Offenbarungen oder das Reich der Vernunft? Ist Ethik ein subjektiver Luxus oder eine objektive Notwendigkeit? Also, und wir können das ja mal ganz konkret an einem Beispiel illustrieren, vielleicht wäre das dann klarer. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel uns die Nazi-Zeit in Deutschland anschauen, da müssen wir erstmal festhalten, ja gut, die meisten Leute in der Gesellschaft, ja, im Dritten Reich, die fanden das eben jetzt nicht schlimm, wenn wir Juden vergasen. Und wenn wir jetzt eine, wenn wir sagen, Ethik ist nur eine Laune der Gesellschaft, ja, oder eine göttliche Offenbarung, dass, was weiß ich, der Herrgott sagt, ja, ihr sollt keine Muscheln essen oder so, und dann sagen, oh ja, das ist heiliges Dekret, das müssen wir jetzt einhalten, ist es wirklich nur das, ja, dass es irgendwie so was Mystisches ist oder was Emotionales oder was Traditionelles, ja, dass wir sagen, ach, das war schon tausend Jahre so, das muss auch weiter so bleiben, ja, wir müssen die Penisse von kleinen Kindern beschneiden oder so. Und entweder ist es das oder ist es tatsächlich im Reich der Vernunft. Das heißt, wir können es mit unserem Verstand begreifen. Und jetzt nochmal zurück zur Nazi-Zeit. Und dieses Beispiel, finde ich auch, kommt von Rothbard und das finde ich eben unglaublich stark. Wenn wir sagen, es gibt keine objektive Ethik, ja, sondern das ist immer nur deskriptiv, das ist halt abhängig von den Leuten, die in der Gesellschaft leben, dann sag mir doch mal bitte, warum der Holocaust schlecht war. Ja, und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, ey, ich finde das super geil, dass da Millionen von Leuten dahin gerafft wurden, sondern ich finde das schlimm, ja. Und ich weiß, warum ich das schlimm finde, weil ich einen objektiven Wertekodex habe. Und für mich ist das menschliche Leben, ich möchte jetzt nicht sagen heilig, aber das hat man zu respektieren. Und ja, man kann nicht andere Leute einfach so umbringen. Aber für jemanden, der sagt, nö, das war halt damals so, ja, bitte sag mir doch mal, an welchem Standard du die ehemaligen Nazis verteufeln willst. Ja, weil nach deiner Logik haben sie doch alles richtig gemacht. Ja, die haben halt zusammen im KZ gestanden und da die Schalter umgelegt und sich gefreut oder so. Und ja gut, das ist jetzt natürlich überspitzt und übertrieben. Ich weiß, der Punkt ist, du musst ja irgendwo einen Standard haben, um diese Leute zu kritisieren. Und wenn dieser Standard innerhalb der Gesellschaft ist, dann hast du keinen Standard, an dem du die Nazis kritisieren kannst. Weil du kannst ja nicht sagen, ach ja, wir beurteilen die Leute von vor, was weiß ich, 80 Jahren an unserem Standard von heute. Nein, 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 du musst das schon immer gemäß der Zeit machen. Und ich glaube halt, dass eine Position von deskriptiver Ethik, etwas, was nur umschreibt, aber nicht vorschreibt, das hat da eben gar keinen Fuß. Das hat keinen Maßstab, womit man kritisieren kann. Und ich finde diese Kritik eben notwendig am Dritten Reich und auch an allen anderen Verbrechen. Also ich meine, das kann man ja bis in die heutige Zeit ziehen, wenn wir uns mal Syrien anschauen oder Irak, Afghanistan. Nenn mir einen Krieg der USA und ich werde dir zeigen, dass das eigentlich ungerecht ist am objektiven Standard der Ethik. Okay, aber wir waren ja überhaupt bei der Frage, warum wir Werte brauchen. Und diese Frage haben wir noch nicht beantwortet. Ich lese weiter. In der traurigen Geschichte der menschlichen Ethik haben die Moralphilosophen mit wenigen und erfolglosen Ausnahmen Ethik als das Reich von Launen des Irrationalen angesehen. Einige Taten ist ausdrücklich und absichtlich, andere impliziert und durch Unterlassung. Eine Laune ist ein Wunsch, dessen Ursache man nicht kennt und um dessen Herkunft man sich nicht schert. Also meine Laune ist, ich will dich umbringen und das interessiert mich auch gar nicht, woher das kommt. Ja, ich mach das einfach. Kein Philosoph hat bisher eine rationale, objektiv, beweisbare, wissenschaftliche Antwort auf die Frage gegeben, warum der Mensch einen Wertekodex braucht. Solange diese Frage unbeantwortet blieb, konnte kein rationaler, wissenschaftlicher, objektiver Wertekodex entdeckt oder definiert werden. Der größte aller Philosophen, Aristoteles, hielt Ethik nicht für eine exakte Wissenschaft. Er gründete sein ethisches System auf Beobachtungen der edlen und weisen Menschen seiner Zeit, ohne die Frage zu beantworten, warum sie sich so verhielten und warum er sie für edel und weise hielt. Das ist natürlich auch immer ganz interessant, weil ich kann ja, ich sage, oh ja, der ist so edel, so toll und dabei findest du ihn ganz abscheulich. Und dann ist natürlich die Frage, warum? Denke, warum benutze ich überhaupt die Worte edel und weise für eine bestimmte Persönlichkeit? Und das sage ich auch noch mal kurz am Rande. Ein Rand hat so gesagt, es gibt die drei Arts, die drei großen Philosophen in der Geschichte. Das war Aristoteles, das war der Erste. Dann war das Thomas Aquinas oder Thomas von Aquin. Und ein Rand. Also sie hat sich da selber auch mit dazu gezählt. Und sie wird jetzt eben hier diese Frage beantworten. Ja, warum braucht der Mensch einen objektiven Wertekodex? Die meisten Philosophen, oder warum braucht der Mensch Wertekodex überhaupt? Die meisten Philosophen hielten die Existenz der Ethik für selbstverständlich, für eine gegebene historische Tatsache und beschäftigten sich nicht mit der Entdeckung ihrer metaphysischen Ursache oder ihrer objektiven Stichhaltigkeit. Viele von ihnen versuchten, das traditionelle Monopol des Mystizismus im Bereich der Ethik zu brechen und eine angeblich rationale, wissenschaftliche, nichtreligiöse Moral zu definieren. Doch ihre Versuche bestanden darin, sie aus gesellschaftlichen Gründen zu rechtfertigen und Gott lediglich durch die Gesellschaft zu ersetzen. Ja, also das ist ja auch so ein Thema des Sowjetreiches. Wir sind gegen Gott, aber wir sind für den Staat. Wir sind für die Gesellschaft, für die Slaven und so weiter. Und das heißt, wir benutzen einfach nur das Wort Gott nicht mehr, sondern wir benutzen jetzt das Wort Gesellschaft. Aber letztendlich haben wir immer noch diese gleiche Mystik dahinter, dass wir nicht genau eben die Sachen ergründen können. Die bekennenden Mystiker hielten den willkürlichen, unergründlichen Willen Gottes für den Maßstab des Guten und den Beweis ihrer Ethik. Die Neo-Mystiker ersetzten ihn durch das Wohl der Gesellschaft und endeten daher mit einer Zirkelschlussdefinition wie Dies bedeutet als logische Folge und heute in weltweiter Praxis, dass die Gesellschaft über allen ethischen Prinzipien steht, da sie die Quelle, der Maßstab und das Kriterium für Moral ist, da das Gute das ist, was sie will und was immer sie als ihr Wohlergehen und Vergnügen ausgibt. Dies würde bedeuten, dass die Gesellschaft tun dürfte, was sie wolle, da das Gute das ist, was immer sie will, weil sie es will. Und da es eine solche Entität wie Gesellschaft nicht gibt, da eine Gesellschaft nur eine Anzahl individueller Menschen ist, würde dies bedeuten, dass einige Menschen, die Mehrheit oder eine Gang, die sich als deren Sprecher ausgibt, ethisch dazu berechtigt wären, von irgendwelchen Launen oder Gräuletaten nachzugehen, während andere moralisch dazu verpflichtet wären, lebenslang den Wünschen dieser Gang zu dienen. Also wir kommen jetzt hier zum Kern und das ist, oder was heißt zum Kern, ja, zu einem dieser Kerne, was vielleicht auch ganz relevant ist für die aktuelle Situation mit dieser Thüringen-Wahl, wo dann die AfD den FDPler unterstützt hat und die Antifa, SPD, Linke und so weiter regen sich auf, ja, das geht doch nicht, Demokratie, dies, das, obwohl ja eigentlich das ja die Demokratie ist. Und ich denke, wir kommen immer wieder zurück zur Nazi-Zeit. Erstens ist das, glaube ich, Godwin's Law, dass wir immer Hitler erwähnen müssen, aber auch, dass wir eben als Deutsche unsere Verantwortung, nein, Spaß, also so bin ich nicht drauf, aber das kann man eben gut verstehen, weil das eben offensichtlich böse ist, ja. Also wenn wir sechs Millionen Juden töten oder was weiß ich, wie viele Sinti und Roma, schwule, Behinderte und so weiter, das ist ja offensichtlich böse. Das heißt, wir können das alle verstehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wenn die Gesellschaft, was auch immer das sein mag, ja, so ein, das hat Rothbard ja auch gesagt, das ist so dieses kollektive Wörtchen, wir, ja, also wir sind die Gesellschaft. Ja, ich bin ja auch ein Teil der Gesellschaft und alles, was jetzt die Gesellschaft will, das ist das Gute, ja. Und wenn die Gesellschaft jetzt halt will, dass wir die Juden töten, obwohl die Juden ja eigentlich auch Teil von der Gesellschaft sind, dann ist natürlich die Frage, ist das überhaupt ein Mord oder stimmen die Juden da einem Suizid zu, ja, sagen die einfach, okay, wir begehen Selbstmord, weil sie ja auch Teil der Gesellschaft sind. Und die offensichtliche Antwort ist, dass es die Gesellschaft gar nicht gibt, ja. Die Gesellschaft ist einfach nur ein Begriff für viele Individuen und diese Individuen handeln halt. Und entweder wir haben jetzt eine kleine Gruppe in der Gesellschaft, zum Beispiel den Staat, der anderen Leuten vorschreiben darf, was sie machen sollen und was nicht. Das ist jetzt hier diese Gang, die einen Rant anspricht. Ja, und die diktieren uns jetzt rum, ja. Und das ist dann halt so, ja, wir sind das Sprachrohr Gottes beziehungsweise streich mal Gott raus und sag lieber der Gesellschaft. Also wir sind das Sprachrohr der Gesellschaft, ja. Wir sind eure Repräsentanten, ihr habt uns gewählt und wir entscheiden für euch. Und dann macht, was wir sagen, sonst sperren wir euch ein und knallen euch ab. Gut, dies kann man kaum rational nennen. Und doch haben die meisten Philosophen erklärt, dass die Vernunft gescheitert sei, dass Ethik außerhalb der Macht, der Vernunft stehe, dass man keine rationale Ethik definieren könne und dass der Mensch im Bereich der Ethik in der Wahl seiner Werte, seiner Handlungen, seines Strebens und seiner Lebensziele von etwas anderem als Vernunft geleitet werden müsse. Wovon? Glaube, Instinkt, Intuition, Offenbarung, Gefühl, Geschmack, Trieb, Wunsch, Laune. Heute wie damals stimmen die meisten Philosophen darin überein, dass der ultimative Maßstab der Ethik die Laune sei. Sie nennen es willkürliches Postulat oder subjektive Entscheidung oder gefühlsmäßige Verpflichtung. Und es geht nur um wessen Laune. Die eigene oder die der Gesellschaft oder die des Diktators oder die Gottes. Worüber auch sonst sie sich uneinig sein mögen, die heutigen Moralphilosophen sind sich einig, dass Ethik ein subjektives Thema ist und dass die drei daraus ausgeschlossenen Sachen Vernunft, Verstand und Realität sind. Wenn sie sich wundern, warum die Welt heute immer mehr zur Hölle wird, so ist dies der Grund. Also das hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen. Die Akademiker sind sich einig in einer Tatsache und zwar, dass wir Ethik eben wertefrei halten sollten, was auch immer das heißt. Und das heißt dann, ja okay, das ist jetzt halt deine Laune, dass du da den Menschen erschießt. Und wir können da jetzt keinen wirklichen ethischen Grundsatz bilden. Wir können vielleicht ein Gesetz aufschreiben, was dann auch eigentlich letztendlich wieder willkürlich ist, weil es ja nur Worte auf einem Blatt Papier sind. Aber wir haben keinen Maßstab, der außerhalb vom Menschen selbst, von der Gesellschaft als solches steht. Sondern es ist immer nur ein willkürliches Diktum. Und dann steht halt in der deutschen Verfassung, wollte ich schon sagen, im Grundgesetz steht dann halt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Was auch immer das heißen mag. Also ich habe davon keine Ahnung, weil das halt ein viel zu schwammiger Satz ist. Aber gut. Wenn sie die Zivilisation retten wollen, dann müssen sie diese Prämisse der modernen, aber eigentlich urzeitlichen Ethik bekämpfen. Ich würde sagen, der Postmoderne. Dass man eben sagt, ja, der Ethik, wir sind darüber hinweg. Es gibt keine objektiven ethischen Maßstäbe. Und um die Grundprämisse einer Disziplin zu bekämpfen, muss man am Anfang beginnen. In der Ethik muss man mit der Frage beginnen, was sind Werte? Und warum braucht der Mensch Werte? Also was ist ein Wert? Ein Wert ist das, was man erlangt und oder bewahren will. Der Begriff Wert ist kein Grundsatz. Er setzt eine Antwort auf die Frage von Wert für wen und wofür voraus. Er setzt eine Entität voraus, die in der Lage ist, ein Ziel angesichts einer Alternative zu erlangen. Wo es keine Alternative gibt, sind keine Ziele und Werte möglich. Also das ist, und hier, ja, in diesem kleinen Sätzchen war ja unglaublich viel Material drin. Also ein Wert ist das, was man erlangen und oder bewahren will. Zum Beispiel das eigene Leben. Ja, das möchte ich bewahren. Das ist ein Wert. Oder eine Beziehung mit einem Geliebten. Das ist ein Wert. Und oder, was weiß ich, ein neuer Ferrari kann auch ein Wert sein. Aber, ja, um überhaupt über Werte sprechen zu müssen, müssen wir voraussetzen, dass es überhaupt jemanden gibt, der diesen Wert schätzen kann. Weil, und hier kommen wir wieder zu Rothbard und der österreichischen Schule, der Nationalökonomie, alle Werte sind subjektiv. Das heißt, Wert liegt nicht in der Sache selbst, ja. Der Ferrari an sich ist nicht wertvoll, sondern der Wert liegt im Auge des Betrachters. Das heißt, du stehst vor dem Ferrari und du schätzt diesen Ferrari in deinem Kopf wert. Ja, aber das passiert in deinem Kopf und nicht im Ferrari. Und, das heißt, wir müssen, wenn wir von Werten sprechen, müssen wir jemanden haben, der diese Werte halten kann. Und, ja, einen Zweck, warum er, warum er sie für wertvoll erachtet. Das heißt, ein Ferrari schätze ich zum Beispiel wert, weil ich damit schnell über die Autobahn fahren kann oder weil ich damit vor dem Club, ja, aufs Gaspedal treten kann und alle Höschen nass mache. Okay, jetzt kommt ein Zitat wieder aus Goulds Rede und zwar, Zitat, es gibt nur eine fundamentale Alternative im Universum, sein oder nicht sein und sie gilt nur für eine einzige Art von Entitäten, für lebende Organismen. Die Existenz von unlebender Materie ist unbedingt, die Existenz von Leben ist es nicht. Es hängt ab von einer bestimmten Handlungsweise. Materie ist unzerstörbar, ihre Form ändert sich, doch sie kann nicht aufhören zu existieren. Nur ein lebendiger Organismus sieht sich in einer ständigen Alternative gegenüber, Leben oder Tod. Leben ist ein Prozess selbsterhaltenden und selbsterzeugten Handelns. Wenn ein Organismus dabei versagt, stirbt er, seine chemischen Bestandteile bleiben, doch das Leben hört auf zu existieren. Erst der Begriff Leben macht den Begriff Wert möglich. Nur für ein Lebewesen kann etwas gut oder böse sein. Das heißt, wenn wir jetzt einen Stein haben, der einen Berg herunterrollt, dann ist das weder gut noch böse, weil der Stein lebt nicht, der Berg lebt nicht. Das ist nur tote Materie. Das ist halt einfach so. Wenn wir jetzt aber jemanden der diesen Stein runtergeschubst hat, auf eine Person, die unten am Hang steht, dann kann das durchaus böse sein, weil wir auf einmal Leben involviert haben und dieser Stein zum Beispiel das Ende des Lebens für die Person am Hang sein könnte. Also, wir merken uns, damit wir von Gut oder Böse sprechen können, damit wir von Werten sprechen können, brauchen wir immer einen lebenden Organismus. Und wichtig ist jetzt auch, wir brauchen eine Alternative. Also, wenn wir keine Alternative haben, keine Wahl haben, dann stellt sich diese Frage auch nicht. Weil dann sind wir eigentlich nur wie so ein Stein, der jetzt nicht entscheiden kann, springe ich links, springe ich rechts, sondern der folgt halt einfach nur der Gravitation. Der sucht sich da nichts aus. Und das wird jetzt wieder später interessant, ähnlich ist es natürlich, wenn der Mensch, wenn dir jemand eine Waffe vor den Kopf hält, dann hast du keine Wahl mehr. Dann ist entweder die Wahl, ich mache, oder die vermeintliche Wahl ist, ja, ich gebe dem jetzt meine Briefbörse und ich mache mich nackig vor dem, oder ich habe keine Wahl, weil er mich erschießen wird. Das ist das Ende meines Lebens. Das heißt, Zwang, und das ist bei EinRant ganz wichtig, Zwang bedeutet immer die Abwesenheit von Alternativen, von Entscheidungen. Wenn mich jemand zwingt, dann kann ich mich nicht entscheiden. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum der Staat zum Beispiel so schlecht ist oder ein Rant würde jetzt sagen, ja, Staat, nicht so schlimm, aber wenn wir das mal konsequent weiterdenken, dann ist eigentlich der Staat, ja, die Definition von der Anwendung von Gewalt und damit immer schlecht. Um diesen Punkt völlig klar zu machen, versuchen sie sich in einen unsterblichen, unzerstörbaren Roboter hineinzuversetzen. Eine Entität, die sich bewegt und handelt, aber durch nichts beeinflusst wird, durch nichts verändert, nichts beschädigt, verletzt oder zerstört werden kann. Solch eine Entität könnte keine Werte haben, sie hätte nichts zu gewinnen oder zu verlieren. Sie könnte nichts als für sich oder gegen sich ansehen, um ihr Wohlergehen zu fördern oder zu bedrohen, um ihre Interessen zu erfüllen oder zu verfehlen. Sie könnte keine Interessen oder Ziele haben. Ja, ganz interessant, damit wir sowas wie Ziele haben können, sagt Ayn Rand, brauchen wir überhaupt diese Fragilität des Lebens. Dass wir eben nicht genau wissen, oh, lebe ich den Morgen noch oder nicht und wenn ich jetzt unsterblich bin, dann brauche ich keinen Wertekodex. Wenn ich jetzt ein, was heißt ich, Dr. Manhattan oder so bin von Watchmen oder ein Vampir, der das unendliche Leben hat, dann brauche ich keine Moral mehr, weil das Überleben keine Unsicherheit mehr ist, sondern ich weiß ja, dass ich unkaputtbar bin. Nur eine lebende Entität kann Ziele haben oder sie hervorbringen und nur ein lebender Organismus hat die Fähigkeit zur selbst erzeugten, zur selbst erzeugter zielgerichteter Handlung. Auf der physischen Stufe werden die Funktionen aller lebenden Organismen von der simpelsten bis zur komplexesten, von der Energieversorgung in der einzelnen Zelle, einer Amöbe bis zur Blutzirkulation im Körper des Menschen vom Organismus selbst erzeugt und richtet sich auf ein einziges Ziel, die Aufrechterhaltung des eigenen Leben. Ja, und das ist also hier schon in der Biologie der Sache mit drin. Ja, ein Organismus will sich immer am Leben erhalten. Ja, wenn du dir jetzt zum Beispiel beim Gemüseschnibbeln in den Finger schneidest, wirst du ja über die Tage hinweg feststellen, ah, der Schnitt in meinem Finger heilt sich langsam. Ja, der Organismus strebt sozusagen wieder nach der Vollständigkeit, um eben das Leben aufrecht zu erhalten. Weil, ja, wenn du dir den Finger geschnitten hast und da mit einer offenen Wunde durch die Welt läufst, ja, und dann, was weiß ich, kommst du in Wuhan vorbei, und zack, hast du Corona und dann ist das Leben vorbei. Ja, Witz am Rande, okay. Das Leben eines Organismus hängt von zwei Faktoren ab. Und wir reden jetzt hier von Organismus. Ja, wir reden noch nicht nur von Menschen, sondern wir reden von allem Leben. Das Leben eines Organismus hängt von zwei Faktoren ab. Dem Material oder Brennstoff, den es von außen aus seiner körperlichen Umgebung benötigt und von der Handlung seines eigenen Körpers diesen Brennstoff richtig zu nutzen. Welcher Maßstab bestimmt in diesem Zusammenhang, was richtig ist? Der Maßstab ist das Leben des Organismus oder das, was der Organismus zum Überleben braucht. In diesem Bereich gibt es für einen Organismus keine Wahlmöglichkeit. Das, was der Organismus zum Überleben braucht, wird definiert durch seine Natur, durch die Art von Entität, die er ist. Viele Variationen, viele Formen der Anpassung an seine Umgebung sind einem Organismus möglich. Aber einschließlich der Möglichkeit, für eine Weile in einem verkrüppelten, behinderten oder kranken Zustand zu existieren. Doch die grundsätzliche Alternative seiner Existenz bleibt dieselbe. Wenn ein Organismus in den von seiner Natur geforderten Grundfunktionen scheitert, wenn das Protoplasma eine Amöbe aufhört, Nahrung zu assimilieren oder das Herz eines Menschen aufhört zu schlagen, stirbt der Organismus. In einem fundamentalen Sinn ist Stillstand die Antithese des Lebens. Leben kann nur durch einen fortwährenden Prozess selbsterhaltender Handlung existieren. Das Ziel dieser Handlung, der ultimative Wert, der, um bewahrt zu werden, in jedem Moment erlangt werden muss, ist das Leben des Organismus. Ein ultimativer Wert ist jenes endgültige Ziel oder jener endgültige Zweck, zu welchem alle anderen Ziele die Mittel sind. Und er bestimmt den Maßstab, nachdem alle untergeordneten Ziele bewertet werden. Das Leben eines Organismus ist sein Wertemaßstab. Was sein Leben fördert, ist das Gute, was es bedroht, ist das Böse. Und damit, also das ist, finde ich, ein Satz generell von Ein Rant, den kann man sich merken, der beschreibt schon ziemlich viel. Was das Leben eines Organismus fördert, ist das Gute, was es bedroht, ist das Böse. Das ist der Wertemaßstab, nachdem wir Dinge oder Ziele bewerten können. Und ja, ich finde das eben schön, wie sie das hier beschreibt. Das ist so der Teil, der bei Rothbard, bei der Ethik der Freiheit nicht wirklich ausführlich beleuchtet wurde. Dass wir eben zwei Faktoren haben für Organismen, ja einmal die Umgebung, zum Beispiel jetzt, wenn wir eine Birke haben, die im Wäldchen steht, die Umgebung wäre der Boden, ja, dass da Nährstoffe im Boden sind, dass die Sonne scheint, dass hin und wieder Regen fällt. Und der andere Faktor ist eben, wie geht die Birke damit um? ja, und bei einem Baum passiert das eben automatisch, dass der die Nährstoffe aus dem Boden aufnimmt, ja, in den Blättern Photosynthese betreibt, das zu Zucker umwandelt und so weiter und so fort. Und ja, also, und da werden wir auch gleich drauf kommen, ja, dass, ähm, der Unterschied zwischen Pflanzen, Tieren und Menschen, aber das wollte ich eben nur an dieser Stelle ansprechen. ja, und genauso ist es natürlich auch beim Menschen, ja, wir haben zum Beispiel, äh, wir müssen Sauerstoff atmen und dann muss unser Körper diesen Sauerstoff verarbeiten, ja, das, den Sauerstoff in die Zellen transportieren, durch die Blutkörperchen und, äh, ja, gut, da hört mein biologisches Verständnis dann auch schon auf. Ähm, okay. Ohne ultimatives Ziel oder ultimativen Zweck kann es keine untergeordneten Ziele oder Zwecke geben. Eine Abfolge von Mitteln, die in unendlicher Folge in einem nicht existenten Zweck entgegenstreben, ist eine metaphysische und erkenntnistheoretische Unmöglichkeit. Nur ein ultimatives Ziel, ein Selbstzweck, macht die Existenz von Werten möglich. Metaphysisch gesehen ist Leben das einzige Phänomen, das ein Selbstzweck ist. Ein durch, äh, durch ein konstantes Vorgehen erlangter und bewahrter Wert. Erkenntnistheoretisch gesehen ist der Begriff Wert abhängig und abgeleitet vom vorhergehenden Begriff Leben. Werte und Leben unabhängig voneinander zu diskutieren ist schlimmer als ein Widerspruch in sich. Erst der Begriff Leben macht den Begriff Wert möglich. Und das ist eben auch der Grund, also wir, ich fasse das nochmal kurz zusammen, wir brauchen ein ultimatives Ziel und dieses ultimative Ziel, ja, das Wort ultimativ heißt das letzte Ziel, ja, Ultima und, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mensch bin, ja, ich bin jetzt Alex Anarcho hier, mein ultimatives Ziel bin ich selber, ist mein eigenes Leben, ja, das ist ein Zweck in sich selbst, weil wenn ich dieses, diesen ultimativen Wert nicht mehr habe, dann habe ich ja gar nichts mehr, also da kann das Laugenbrötchen vor mir noch so lecker aussehen, ohne Alex Anarcho gibt's, kann ich diesen Wert auch nicht wahrnehmen, das heißt, damit wir Werte ableiten können, brauchen wir einen ultimativen Wert und ich finde, das ist auch so eine interessante Frage, weil vielleicht ganz ab vom Thema kurz, in der Kryptowelt ja, also Bitcoin, Monero und so weiter, da wird manchmal von intrinsischem Wert gesprochen, ja, also nochmal zurück zum Ferrari, die würden jetzt sagen, ja, der Ferrari hat doch einen intrinsischen Wert und die Argumentation wäre jetzt so, ja, weil man kann mit dem fahren und man kann mit dem schnell fahren und so weiter, aber, wie wir vorhin gelernt haben, das ist eben nicht Wert, der im Ferrari selber liegt, sondern im Auge des Betrachters, ja, weil es könnte ja jetzt sein, ich kann gar kein Auto fahren und da bringt mir der Ferrari auch nichts, das heißt, ich schätze den gar nicht wert, wohingegen ein menschliches Leben, würde ich argumentieren, hat einen intrinsischen Wert, weil der Mensch selbst sich wertschätzt, ja, also hier haben wir tatsächlich Wert in der Sache selbst, ja, wobei ich jetzt hier den Menschen als Sache bezeichne, weil der Mensch natürlich selber lebt und sich selber wertschätzen kann, also, ich würde sagen, es gibt nur dann intrinsischen Wert, wenn wir von menschlichem Leben reden, ansonsten ist aller Wert subjektiv und beziehungsweise auch für diesen einen Menschen ist der Wert natürlich subjektiv, ja, könnte ja auch jemand sein, der kurz vor dem Suizid steht, ja, der würde dann sein eigenes Leben nicht sehr hoch ansehen, Den Philosophen, die behaupten, dass zwischen ultimativen Werten oder Zwecken und den Tatsachen der Realität keine Beziehungen hergestellt werden könne, möchte ich antworten, dass die Tatsache, dass lebendige Entitäten existieren und funktionieren, die Existenz von Werten und eines ultimativen Wertes bedingt, welcher für jede lebendige Entität das eigene Leben ist. Auf diese Weise wird die Gültigkeit von Werturteilen durch Bezugnahme auf die Tatsache der Realität erreicht. Die Tatsache, dass eine lebendige Entität ist, bestimmt, was sie tun sollte. So viel zur Beziehung zwischen dem Sein und dem Sollen. Also, wenn ich lebe und ich will weiterleben, dann schreibt mir das Weiterleben sozusagen direkt vor, was ich tun sollte, zum Beispiel Atmen oder Laugenbrötchen essen oder sonst irgendwas. Und das ist jetzt so die Antwort auf all jene Akademiker, Philosophen, die eben sagen, ja, das hat doch gar nichts miteinander zu tun, Werte und Leben, das ist völlig unabhängig voneinander. Auf welche Weise entdeckt nun ein Mensch den Begriff Wert? Durch welche Mittel wird er sich die Frage gut oder böse in seiner simpelsten Form überhaupt erst bewusst? mittels der körperlichen Empfindungen von Freude oder Leid. Genau wie Empfindungen der ersten Entwicklungsschritt eines menschlichen Bewusstseins im Reich der Erkenntnis sind, so sind sie der erste Schritt im Reich der Bewertung. Das heißt, die Fähigkeit oder Freude oder Leid zu empfinden ist dem menschlichen Körper angeboren. Sie ist Teil seiner Natur, Teil der Art von Entität, die er ist. Er kann darüber nicht entscheiden und er hat keine Wahl über den Maßstab, der bestimmt, was ihm Freude oder Leid verursacht. Was ist sein Maßstab? Sein Leben. Also, das, was das Leben fördert, bereitet Freude, das, was das Leben zerstört, verursacht Leid. Der Freude-Leid-Mechanismus im menschlichen Körper und in den Körpern aller lebenden Organismen, die ein Bewusstsein besitzen, dient als automatischer Wächter des Lebens. Das physische Gefühl der Freude ist ein Signal, das anzeigt, dass der Organismus die richtige Vorgehensweise anwendet. Die physische Empfindung des Leids ist ein Warnsignal, das anzeigt, dass der Organismus die falsche Vorgehensweise anwendet, das etwas die ordentliche Funktion seines Körpers beeinträchtigt und es einer Handlung bedarf, um dies zu korrigieren. Das beste Beispiel dafür sind die seltenen, außergewöhnlichen Fälle, bei denen Kinder ohne die Fähigkeit geboren werden, physische Schmerzen zu empfinden. Solche Kinder überleben nicht lange. Sie können nicht erkennen, was ihnen Schaden zufügen kann und haben keinerlei Warnsignale. Daher kann ein kleiner Schnitt sich zu einer tödlichen Infektion entwickeln oder eine Krankheit kann unentdeckt bleiben, bis es zu spät ist, sie zu bekämpfen. Also, vielleicht stellt ihr euch das so vor, wie in einem Computerspiel, wo ihr keine Lebensanzeige habt und ihr lauft da so durch die Welt und auf einmal seid tot, es steht Game Over auf dem Screen und weil ihr nicht gewusst habt, dass die ganze Zeit hinter euch eine Ratte hinterher gelaufen ist, die euch in die Fersen gebissen hat und dann seid ihr halt irgendwann gestorben. Also, schlechtes Beispiel jetzt vielleicht, aber so kann man sich das vorstellen. Für die lebenden Organismen, die über Bewusstsein verfügen, ist dieses ihre Überlebensgrundlage. Einfache Organismen wie Pflanzen und jetzt kommen wir auf den Unterschied eben zwischen Pflanzen, Menschen und Tiere und das finde ich super interessant. Einfache Organismen wie Pflanzen können mittels ihrer automatischen körperlichen Funktionen überleben. Die höheren Organismen wie Tiere oder Menschen können es nicht. Ihre Bedürfnisse sind komplexer und ihr Aktionsradius ist größer. Automatisch können die physischen Funktionen ihrer Körper nur die Verwertung des Brennstoffes ausführen. Sie können diesen Brennstoff aber nicht erlangen. Um ihn zu erlangen brauchen die höheren Organismen die Fähigkeit des Bewusstseins. Eine Pflanze kann ihre Nahrung aus der Erde ziehen, in der sie wächst. Ein Tier muss sie jagen. Der Mensch muss sie produzieren. Also ein ganz interessanter Unterschied. Wenn ich eine Pflanze bin, dann habe ich einfach alles, was ich brauche. Auf der einen Seite habe ich das automatisiert, dass ich das Wasser und die Nährstoffe aus dem Boden ziehe und meine Blätter Photosynthese betreibe. Auf der anderen Seite wachse ich automatisch in der Umgebung, wo diese Brennstoffe da sind. Als Tier und als Mensch ist das nicht so. Da muss ich zum Beispiel als Tier das Rudel Wölfe muss jagen gehen oder der Mensch muss etwas produzieren. Zum Beispiel Kruso auf seiner Insel muss den Fisch angeln oder die Bären pflücken oder die Pilze sammeln oder so. Eine Pflanze hat keine Handlungsfreiheit. Die von ihr verfolgten Ziele sind automatisch und angeboren und durch ihre Natur bestimmt. Nahrung, Wasser und Sonnenlicht sind die Werte, die zu suchen sie die Natur anhält. Ihr Leben ist der Wertemaßstab, der ihre Handlungen bestimmt. Es gibt Alternativen in den Bedingungen, die sie in ihrer Umwelt antrifft, wie Hitze oder Kälte, Dürre oder Überschwemmung. Es gibt bestimmte Handlungen, die sie ausüben kann, um widrigen Bedingungen zu trotzen, etwa die Fähigkeit einiger Pflanzen unter einem Stein hervor zu wachsen und zu kriechen, um das Sonnenlicht zu erreichen. Doch wie auch immer die Bedingungen aussehen mögen, es gibt keine Alternative in den Funktionen einer Pflanze. Sie handelt automatisch, um ihr Leben zu fördern. Sie kann nicht als ihr eigener Zerstörer handeln. Pflanzen können kein Suizid begehen, sondern die leben einfach vor sich hin. Die sind so frohe Naturen, die können sich gar nicht selber umbringen. Der Aktionsradius, den die höheren Organismen zum Überleben brauchen, ist größer. Er ist proportional zur Spanne ihres Bewusstseins. Je mehr Bewusstsein ich habe, desto größer ist mein Aktionsradius, die Handlungen, die ich tätigen kann. Und ein Heuschrecker hat eben weniger Bewusstsein, hat deswegen auch einen kleineren Aktionsradius als ein Mensch oder ein Hund. Die niederen der bewussten Arten besitzen nur die Fähigkeit der Sinneswahrnehmung, welche ausreicht, um ihre Handlungen zu leiten und ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Also zum Beispiel eine Heuschrecke. Eine Sinneswahrnehmung wird produziert durch die automatische Reaktion ihres Sinnesorgan auf einen Reiz aus der Außenwelt. Sie hält nur so lange an, wie der Reiz dauert und nicht länger. Sinneswahrnehmungen sind eine automatische Reaktion, eine automatische Form des Wissens, die ein Bewusstsein nicht suchen und der es nicht ausweichen kann. Ein Organismus, der nur die Fähigkeit der Sinneswahrnehmung besitzt, wird geleitet durch den Freude-Leitmechanismus eines Körpers. Das heißt, durch automatisches Wissen und einen automatischen Wertekanon. Sein Wert ist der Wertemaßstab, der seine Handlungen bestimmt. Innerhalb seines Aktionsradius handelt er automatisch, um sein Leben zu fördern und kann nicht als sein eigener Zerstörer handeln. Das heißt, auch Tiere können nicht als ihre eigenen Zerstörer handeln. Das heißt, wenn die Heuschrecke jetzt zum Beispiel eine Sinneswahrnehmung hat von Oh, da ist ein Schatten über mir geflogen, das könnte doch eine Amsel sein, dann versteckt die sich. Das ist also die automatische Reaktion. Die kann gar nicht anders und sie kann jetzt zum Beispiel nicht nach oben hüpfen und sagen liebe Amsel friss mich doch oder so. Also könnte sie machen, wenn sie die Sinneswahrnehmung nicht gehabt hätte. Okay, also wir und ihr merkt es schon, wir gehen so von den niederen Lebewesen, also wir waren erst bei toter Materie gegen Leben, ja, gegen lebende Organismen und wir haben festgestellt, bei toter Materie gibt es überhaupt keine Werte von Gut oder Böse, ja, dafür braucht es immer Leben. Dann waren wir bei den niedrigsten Lebewesen, sowas wie Pflanzen, die auf jeden Fall leben und die auch Werte wie Gut und Böse haben, letztendlich, aber bei denen alles eigentlich vollautomatisiert ist, bis hin zu höheren Organismen, die aber nicht so viel Bewusstsein haben, dass sie als ihre eigenen Zerstörer arbeiten können und auch hier ist wieder sehr viel automatisch und natürlich haben auch diese Organismen Gut und Böse beziehungsweise diesen Freude-Leit- Mechanismus und jetzt kommen wir eben zu den höheren Tieren, also wir waren gerade bei der Heuschrecke sozusagen und jetzt kommen wir zu Tieren, was weiß ich, wie Hunde oder Leoparden oder so. Die höheren Organismen besitzen eine leistungsfähigere Form des Bewusstseins. Sie besitzen die Fähigkeit, Sinnesdaten abzuspeichern, ein Wahrnehmungsvermögen. Eine Wahrnehmung ist eine Gruppe von Sinnesdaten, die automatisch gespeichert und im Gehirn eines lebenden Organismus integriert wird, was ihnen die Fähigkeit verleiht, nicht nur bestimmte Reizen, Sondern Entitäten Dingen gewahr zu werden. Okay, ich merke gerade, vielleicht war mein Heuschreckenbeispiel ein bisschen zu voreilig, vielleicht war dieser Aktionsradius, es ist halt schade, dass sie kein Beispiel bringt, vielleicht war das auch eher wie so ein, wobei, so eine Amöbe oder so, das ist doch eigentlich unter einer Pflanze. Naja, vielleicht wisst ihr es, ja, wenn ihr es wisst, oder falls ihr eine Ahnung habt, schreibt mir, das ist die Telegram-Gruppe. Also wir haben jetzt aber auf jeden Fall, ja, wir gehen jetzt eine Stufe höher und da haben wir jetzt eben Wahrnehmungen. Und eine Wahrnehmung ist jetzt einfach eine Gruppe von Sinnesdaten und wir können Entitäten wahrnehmen. Und warum ich jetzt hier gerade in Stocken gekommen bin, weil vielleicht hat ja die Heuschrecke die Wahrnehmung Amsel, Entität, Feind oder so, ja, und ich muss mich verstecken. Das weiß ich jetzt nicht. Ich war noch nie eine Heuschrecke. Seine Handlungen, sind nicht einzelne direkte Antworten auf einzelne separate Reize, sondern werden geleitet von einem integrierten Erkennen der wahrnehmbaren Realität, die es konfrontiert. Es kann die unmittelbar anwesenden wahrnehmbaren Gegenstände begreifen und automatische Wahrnehmungsverknüpfungen bilden, doch es kann nicht darüber hinausgehen. Es kann bestimmte Fähigkeiten für bestimmte Situationen lernen, etwa zu jagen oder sich zu verstecken, was die Eltern höherer Tiere ihren Jungen beibringen. Doch ein Tier hat keine Wahl in Bezug auf das Wissen und die Fähigkeiten, die es erwirbt. Es kann sie nur Generation für Generation wiederholen. Außerdem hat ein Tier keine Wahl in Bezug auf den Wertemaßstab, der seine Handlungen leitet. Seine Sinne stellen ihm einen automatischen Wertekanon zur Verfügung. Ein automatisches Wissen darüber, was gut oder böse ist, was seinem Leben nützt oder es gefährdet. Ein Tier hat nicht die Fähigkeit, sein Wissen zu erweitern oder ihm auszuweichen. In der Situation, in denen sein Wissen unzureichend ist, stirbt es. Wie zum Beispiel ein Tier, das wie gelähmt von einem herannahenden Zug auf den Schienen stehen bleibt. Doch solange es lebt, handelt ein Tier nach seinem Wissen mit automatischer Gewissheit und ohne Entscheidungsfreiheit. Es kann sein eigenes Bewusstsein nicht aussetzen. Es kann sich nicht entscheiden, nicht wahrzunehmen. Es kann seine Wahrnehmung nicht ausweichen. Es kann sein eigenes Wohl nicht ignorieren. Es kann sich nicht entscheiden, das Böse zu wählen und als sein eigener Zerstörer zu handeln. Ihr merkt jetzt schon, wir gehen ja jetzt hier mal durch und ich lese so, was diese Organismen nicht können. Und das Interessante ist ja, dass der Aktionsradius des Menschen, und da kommen wir jetzt auch gleich drauf, so groß ist, dass der Mensch all das kann. Der Mensch kann sein eigenes Wissen ignorieren. Der Mensch kann aktiv für das Böse arbeiten. Der Mensch kann seine Wahrnehmungen ausschalten und hat eben auch keinen automatischen Wertekodex oder Wertekanon, wie sie hier sagt. Okay, jetzt kommen wir also zum Menschen. Der Mensch hat keinen automatischen Überlebenskodex. Er hat keine automatischen Handlungsanleitung, keinen automatischen Wertekanon. Seine Sinne sagen ihm nichts automatisch, was gut oder böse, äh, seine Sinne sagen ihm nicht automatisch, was gut oder böse für ihn ist, was sein Leben fördert oder es gefährdet, welche Ziele er verfolgen soll und durch welche Mittel sie erreicht werden können, von welchen Werten sein Leben abhängt oder welches Vorgehen es benötigt. Sein eigenes Bewusstsein muss die Antwort auf all diese Fragen entdecken. Doch sein Bewusstsein funktioniert nicht automatisch. Der Mensch, die am höchsten entwickelte lebende Spezies auf Erden, das Wesen, dessen Bewusstsein eine grenzenlose Kapazität auf den Erwerb von Wissen hat. Der Mensch ist die einzige lebende Entität, die ohne Garantie geboren wird, bewusst zu bleiben. Der besondere Unterschied zu allen anderen lebenden Spezien ist die Tatsache, dass sein Bewusstsein willentlich ist. Also, wir merken schon, der Mensch nimmt eine ganz besondere Position ein. Und beim Lesen muss ich daran denken, ja, manche Reaktionen sind vielleicht noch automatisch, ja, ich sehe irgendwas, was aussieht wie eine Spinne oder eine Schlange und ich schrecke zurück. Aber in der Regel, und das hatten wir ja auch bei Rothbard und den Crusoeconomics schon, normalerweise ist es so, dass Robinson eben auf der Insel handeln muss. Ja, er muss seinen Verstand gebrauchen, Rezepte ausprobieren, ja, wie mache ich mir eine Angel, wie brate ich einen Fisch und so weiter, um zu überleben. Das passiert eben nicht automatisch, wie jetzt, was weiß ich, eine Pflanze, eine Kokosnuss, die an die Pflanze, äh, an die Insel geschwemmt wird und dann da zu einem Baum wächst, so automatisch funktioniert das eben nicht, sondern der Mensch ist in dieser, in diesem Dualismus auf der einen Seite, ja, toll, ich habe so viel Handlungsfreiheit, auf der anderen Seite schreckt das natürlich auch irgendwo ab, weil man alles machen kann, ja, da muss man sich natürlich überlegen, was sollte ich denn vielleicht nicht machen, ja, und, ähm, gut. Ja, und da war die Woche vorbei und eine neue Woche ist angebrochen und, ja, also, ihr habt das jetzt nicht mitbekommen, aber zwischen diesem Teil und zwischen dem vor zehn Sekunden liegt eine Woche und das liegt daran, dass ich auf Reisen war und, ja, keine Zeit hatte zum Podcasten, aber, dann habe ich die Umfrage in der Alexanarcho-Diskursgruppe gemacht, beziehungsweise auch im Telegram-Kanal und gefragt, liebe Leute, wollt ihr denn den totalen Egoismus oder wollt ihr die Debatte der Demokraten analysiert haben und die Mehrheit hat sich für den Egoismus entschieden, daher mache ich jetzt hier weiter und, äh, gut, also ihr müsst euch jetzt bei mir in den Kopf versetzen, ja, ich habe das jetzt vor einer Woche hier gelesen, ihr habt das gerade vor Sekunden gehört und ich habe mir jetzt gerade so gedacht, soll ich das jetzt alles nochmal von vorne aufnehmen, das ist jetzt eine ganze Stunde und dann habe ich mich dagegen entschieden, weil mir das zu viel Arbeit ist. Also, aber ich weiß ja im Großen und Ganzen, was die Rute ein gesagt hat mit den, äh, Unterschieden zwischen Pflanzen, Tieren und Menschen und als ich jetzt gerade die letzten 10 Sekunden gehört habe, ist mir auch noch eingefallen, das hatte ich ja auch schon in der Folge vom Bazaar, glaube ich, angesprochen, wenn man, ähm, diese, diese Handlungsfreiheit hat, ja, man kann alles machen, ich kann jetzt hier aus dem Balkon springen oder vom Balkon springen oder, ähm, mich nackt in der Straße bewegen und vielleicht erfrieren und so, dann, ja, braucht man irgendwie einen Kompass, ja, eine Karte Werte, die einen orientieren, die einen in die Richtung weisen. Jordan Peterson spricht da zum Beispiel von der Trajectory, ja, von dieser, ähm, Wurfbahn, ja, stell dir einen Ball vor und du als Mensch jetzt wirfst diesen Ball, dann hat der Ball eine bestimmte Wurfbahn und ähnlich wie der Ball die Wurfbahn hat, haben wir Menschen auch eine Wurfbahn. Allerdings ist der Unterschied jetzt zum Ball, der ja ein totes, materielles Ding einfach ist, dass wir uns unserer Wurfbahn, unserer Laufbahn bewusst werden können und dann auch im Flug unsere Wurfbahn, unsere Bahn einfach ändern, ja, und, ähm, das ist bei Jordan Peterson so das Nonplusultra, ne, man soll sein Zimmer aufräumen, um dann praktisch besser seine Wurfbahn zu verbessern und, ähm, das macht man halt einen Schritt nach dem anderen. Okay. Jetzt muss ich kurz gucken, wo ich aufgehört habe zu lesen, kleinen Moment. Wir werden jetzt also noch genauer die Unterschiede zwischen Tier und Mensch feststellen und ein bisschen mehr über den Menschen selber philosophieren. Genauso wie die automatischen Werte, die die Funktionen einer Pflanze leiten, ausreichend für ihr Leben überleben sind, jedoch nicht für das eines Tieres, genauso sind die automatischen Werte, die ein sinnlich wahrnehmender Bewusstseinsmechanismus einem Tier gibt, ausreichend, um ein Tier zu leiten, aber nicht ausreichend, um den Menschen zu leiten. Die Handlungen des Menschen und sein Überleben brauchen die Leitung durch begriffliche Werte, abgeleitet von begrifflichem Wissen. Doch begriffliches Wissen erwirbt man nicht automatisch. Ich weiß, ich weiß, das hört sich jetzt kompliziert an. Das ist so dieses Philosophie-Gesäusel, was man normalerweise im Kopf hat, wenn man an Philosophie denkt, aber wir durchbrechen das jetzt mal. Also ganz einfach gesagt ist das jetzt so wie eine Pflanze überlebt, das ist schön und gut für die Pflanze, aber wenn man ein Tier hat, zum Beispiel den Hundi, dann reicht das nicht mehr aus. Das Tier, der Hundi, der braucht mehr, um sein Überleben zu haben. Der muss zum Beispiel wissen, wie jage ich, wie renne ich und wie stille ich meine Säuglinge und so weiter und so fort. Und genauso wie jetzt praktisch der Hund oder das Tier eine Ebene mehr braucht als die Pflanze, braucht eben der Mensch auch eine Ebene mehr als der gute Hundi. Und da spricht sie jetzt eben von diesem begrifflichen Wissen. Und was das ist, das werden wir gleich genauer erläutern. Und aus diesem begrifflichen Wissen, das merken wir uns einfach jetzt schon, können wir begriffliche Werte ableiten. Also, ein Begriff ist eine geistige Integration von zwei oder mehr wahrgenommenen Gegenständen, welche durch einen Prozess der Abstraktion isoliert und mittels einer spezifischen Definition vereint werden. Also, jedes Wort der menschlichen Sprache, mit Ausnahme von Eigennamen, bezeichnen einen Begriff, eine Abstraktion, die für eine unbegrenzte Anzahl von Gegenständen einer spezifischen Art steht. Durch die Organisation eines wahrgenommenen Materials in Begriffe und dieser Begriffe in immer weitere Begriffe, ist der Mensch fähig, eine unbegrenzte Menge an Wissen zu begreifen, abzuspeichern, zu identifizieren und zu integrieren. Ein Wissen, das über die unmittelbaren Wahrnehmungen eines bestimmten unmittelbaren Momentes hinausreicht. Die Sinnesorgane des Menschen funktionieren automatisch. Das Gehirn des Menschen integriert seine Sinnesdaten automatisch in die Wahrnehmungen. Doch der Prozess, seine Wahrnehmungen in Begriffe zu integrieren, der Prozess der Abstraktion und der Begriffsbildung ist nicht automatisch. Okay, also, wir machen das wieder ganz deutlich an einem einfachen Beispiel, das jeder von uns kennt. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen Tisch vor mir. Und das ist jetzt ein Begriff. Der Tisch, das ist jetzt erstmal ein Laut und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Laute ganz oft sagt, Tisch, 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 okay, ich mache jetzt hier nicht weiter, das könnt ihr dann in eurer eigenen Freizeit machen, dann hört sich das komisch an. Aber normalerweise, wenn ich jetzt das Wort Tisch sage, dann hat jeder von euch einen Tisch im Kopf. Also, jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber diese Abstraktion. Und das ist jetzt auch ganz interessant, weil den Tisch, den ich vor mir habe, sieht vielleicht ganz anders aus, wie der Tisch, den du in deinem Kopf drin hast, wenn du das Wort Tisch hörst. Und das ist jetzt also diese Abstraktion. Und das ist jetzt nichts Neues, das ist jetzt nicht von ein Rand hier, von den Göttern runtergeholt, sondern das haben schon andere Philosophen vor ihr auch, ja, sich drüber Gedanken gemacht. Und zum Beispiel der gute Platon, ja, aus dem alten Griechenland, der war dann so einer, der hat gesagt, ja, und eigentlich gibt es ja eine Welt, in der so Ideen leben, das heißt, da schwebt dann der perfekte Tisch herum, ja, so der Urvater aller Tische und das ist dann so die perfekte Welt und wir in der richtigen, oder in Anführungszeichen in der richtigen Welt, würde Platon jetzt sagen, wir sehen eigentlich nur die Schatten der perfekten Ideen. Und da erinnert ihr euch vielleicht, ja, das ist so ein typisches Ding, was man in der Oberstufe im Philosophiekurs mal durchnimmt, dann gibt dann gibt es dieses Höhlengleichnis, ja, wir sitzen alle in einer Höhle und hinter uns sitzt jemand, der vor einem Lagerfeuer irgendwie so Handpuppen da macht und so, ne, ja, und das wäre jetzt eigentlich unsere Realität, sagt Platon. Und, aber eigentlich ist da noch eine viel, ja, perfektere Realität oder die eigentliche Realität, die eben außerhalb der Höhle liegt, ja, und jetzt beschreit sich dann einer aus der Höhle geht raus und erblickt zum ersten Mal einen richtigen Tisch, ja, nicht nur den Schatten von dem Tisch und ist total hin und weg, geht zurück in die Höhle und sagt, ey Leute, was ihr hier seht, das sind nur Schatten, ja, es gibt hier eigentlich noch eine richtige Welt außen und die Leute glauben ihn nicht, ja, okay, aber das ist nur so am Rande, worum es jetzt eigentlich geht, waren diese Begriffe und Ayn Rand sagt jetzt also, der Mensch ist in der Lage, ja, eine unbegrenzte Menge an Wissen zu begreifen und das ist ja schon interessant im Deutschen auch, ja, deutsche Sprache, schöne Sprache, wenn es um Philosophie geht, deswegen kommen wahrscheinlich auch so viele Philosophen aus Deutschland und ich meine, don't quote me on this, aber ich meine, Ayn Rand konnte auch Deutsch und, ja, also das Wort Begriff und Begreifen hat ja den gleichen Stamm und, deswegen natürlich, wenn wir etwas begreifen, dann haben wir dafür auch Begriffe dafür oder vielleicht können wir etwas nur begreifen, wenn wir einen Begriff dafür haben und das Interessante ist jetzt eben, dass das zwar unendlich ist, ja, ich kann jetzt hier Tisch, Stuhl, Tasse, bla 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 machen, alles Begriffe, aber eben diese Begriffe kommen nicht automatisch zu uns, sondern eigentlich und ich finde, das ist eine wirklich tolle Erkenntnis, ist ja die Sprache, die genialste Erfindung von uns Menschen überhaupt, ja, weil ich kann jetzt hier in meinem kleinen Zimmerchen ins Mikrofon reden und sagen, stell dir mal einen Tisch vor und du, ja, das ist wie Telepathie, hast dann einen Tisch im Kopf, auch wenn das vielleicht jetzt anders aussieht, aber der hat wahrscheinlich auch vier Beine und ist, was weiß ich, viereckig oder rund und so, man kann Sachen draufstellen, das ist doch unglaublich und ich weiß jetzt nicht, ob ihr den kennt, aber es gibt einen Psychonauten, den ich sehr schätze, der leider nicht mehr unter uns weilt und zwar war das Terence McKenna, vielleicht sagt das der eine, sagt diesem Namen der eine oder andere was von euch und Terence McKenna war jetzt zum Beispiel so jemand, der hat sich da auch intensiv damit beschäftigt, woher kommt denn diese Sprache, also diese wirklich abstrakte Sprache, ja nicht, dass ich jetzt hier mache, um dir Angst zu machen, sondern dass ich sagen kann, stell dir mal einen Tisch vor oder stell dir eine Welt vor, in der Eigentumsrechte respektiert werden und du kannst das dann tatsächlich auch machen und Terence McKenna war jetzt also der Meinung, ich weiß, das ist jetzt wieder ab vom Schlag, aber es wird eine lange Folge, deswegen nutze ich die Gelegenheit jetzt einfach auch, Terence McKenna hat jetzt also gesagt, ja er glaubt, dass die Sprache sich entwickelt hat, weil der Mensch früher als er in Afrika gelebt hat und Afrika ausgetrocknet ist, ja vom Urwald zur Steppe, zur Wüste geworden ist, musste der Mensch aus den Bäumen herauskommen und in die Steppen ziehen und in diesen Steppen in Afrika wuchs halt ein psychoaktiver Pilz, ja den Psylocibinpilz oder Kubensis heißt der auch und dieser Pilz, ja wenn man den isst, dann bekommt man halt Halluzinationen beziehungsweise wenn man ihn in größeren Mengen isst, dann hat man ein Phänomen, was Glossolalia heißt, das ist jetzt ein komisches Wort und vielleicht habt ihr das noch nie gehört, Glossolalia heißt eigentlich nur, dass ich Laute von mir gebe, die eigentlich gar keinen wirklichen Sinn ergeben. Zum Beispiel so ja, also würde mich jetzt wundern, wenn ich in irgendeiner Sprache was Sinnvolles gesagt hätte, aber das waren jetzt einfach nur Laute, die ich von mir gegeben habe. Und Terence McKenna war jetzt also der Aufsicht oder der Ansicht, der Mensch hat gelernt, indem er einfach diesen Pilz konsumiert hat und Glossolalia dann hatte, dass er bestimmte Laute mit bestimmten Dingen verbinden kann. Ja, zum Beispiel wenn ich dir jetzt beibringe, dass immer wenn ich Tisch sage, dieses viereckige, vierbeinige Ding da vor mir meine, dann kann ich zum Beispiel sagen, hey, bring mir den Tisch und dann kannst du für mich aufstehen und den Tisch zu mir tragen und dann muss ich nicht selber aufstehen. Also das war Terence McKenna's Theorie. Letztendlich ist es eigentlich egal, ja, für unsere Zwecke jetzt hier, wie sich diese Sprache entwickelt hat. Wir merken uns einfach nur, dass wir Abstraktionen in Sprache speichern können. Ja, also zum Beispiel jetzt sowas wie Tisch oder Stuhl und dann können wir eben kommunizieren. Und wir merken uns jetzt ganz wichtig, ja, während die Sinnesorgane unsere Welt automatisch wahrnehmen, ja, ich öffne die Augen und sehe unmittelbar das Meer, dann, da brauche ich nichts zu machen, das ist automatisch und mein Gehirn nimmt dieses Meer auch wahr und so weiter, aber dass ich dann eben einen Begriff dafür finde, ja, zum Beispiel jetzt Meer, das ist eben nicht automatisch. Gut. Der Prozess der Begriffsbildung besteht nicht bloß aus dem Begreifen von simplen Abstraktionen wie Stuhl, Tisch, heiß, kalt und aus dem Erlernen von Sprache. Er besteht aus einer Methode, sein Bewusstsein zu benutzen, die man am besten mit dem Wort Begriffsbildung ausdrücken kann. Dies ist nicht der passive Zustand des Registrierens zufälliger Eindrücke, es ist ein aktiv unterstützter Prozess der begrifflichen Identifizierung der eigenen Eindrücke, des Integrierens aller Ereignisse und aller Beobachtungen in einen begrifflichen Kontext des Begreifens von Zusammenhängen, Unterschieden und Gemeinsamkeiten im eigenen Sinnesmaterial und des Abstrahierens dieser in neue Begriffe, des Herleitens, des Beobachtens, des Schlussfolgerns, des Stellens neuer Fragen, des Entdeckens neuer Antworten und der Erweiterung des Wissens in eine ständig wachsende Summe. Die Fähigkeit, die diesen Prozess leitet, das Vermögen, das mittels Begriffen abarbeitet, ist der Verstand. Der Prozess ist das Denken. Also, wir kommen jetzt hier zu einem unglaublich zentralen Punkt der objektivistischen Ethik, der vielleicht des Lebens sogar, ja, wir wollen ja eigentlich, oder, also ich bin der Meinung, vieles von dem, was ein Rentier sagt, ist einfach Wahrheit. Ja, also wir, wir haben jetzt hier die Definition, was der Verstand ist, ja, der Verstand ist die Fähigkeit, mit Begriffen zu arbeiten und der Prozess heißt Denken. Und das involviert jetzt zum Beispiel, wie ich habe jetzt, ja, keine Ahnung, wir stellen uns vor, ich bin zurück in der Steinzeit und wir fangen gerade erst so wirklich an zu denken und ich sehe jetzt zum Beispiel einen Tisch und ich sehe einen anderen Tisch und ich merke, dass diese beiden Dinge Gemeinsamkeiten haben. Wie zum Beispiel, hey, man kann da Sachen draufstellen, hey, die haben vier Beine und so weiter und so fort oder heiß und kalt, das sind beides Temperaturen, Temperatur ist auch wieder ein Begriff und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann mit diesen Begriffen mein Wissen über die Welt erweitern, ja, wir haben so eine wachsende Summe praktisch, also zum Beispiel, ja, heiß ein Begriff, kalt ein Begriff, eins plus eins ist zwei, Temperatur ein weiterer Begriff ist drei und so weiter. Und jetzt stellt euch mal vor, wie viele Begriffe ihr kennt und das ist ja eigentlich auch das Tolle am Deutschen irgendwie. Im Deutschen können wir Wörter einfach so neu schöpfen, ja, zum Beispiel, wenn wir uns mal Begriffe anschauen wie Feuerzeug oder Tischbein, ja, das sind ja eigentlich nur zusammengesetzte Begriffe und man kann da ja das auch beliebig weit treiben mit Donau, Dampf, Schifffahrts, Kapitäns, Mützen, Gold und so weiter, um halt Sachen ganz genau zu beschreiben und irgendwie macht das für mich Deutsch so zu einer schönen Sprache und ich finde, das erklärt irgendwie auch ganz gut, warum so viele Denker und Philosophen aus Deutschland kommen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel einen neuen Eindruck haben, einen Eindruck, für den es noch gar kein Wort gibt in der Welt, dann haben wir als Deutsche irgendwie so einen Vorteil, ja, wir können dann zum Beispiel sagen, ja, das ist ein Holz, das ich streiche, dann sage ich dazu einfach Streichholz, ja, anstatt da zum Beispiel ein komplett neues Wort jetzt wie im Englischen Match zu erfinden und was dann auch noch andere Bedeutungen hat, weil ja ein Match eigentlich auch noch ein Tennis-Match sein kann oder ein Fußball-Match und so weiter und so fort. Okay, soweit, so gut. Wir wissen jetzt, was der Verstand ist und was Denken bedeutet. Die Vernunft jetzt ist das Vermögen, das das Sinnesmaterial identifiziert und integriert. Sie ist eine Fähigkeit, zu deren Ausübung sich der Mensch entscheiden muss. Ja, also Vernunft ist auch wieder nicht automatisch, sondern man muss sich aktiv dafür entscheiden. Denken ist keine automatische Funktion. In jeder Stunde und jedem Bereich seines Lebens kann der Mensch denken oder dieser Anstrengung ausweichen. Denken erfordert einen Zustand der voll fokussierten Aufmerksamkeit. Die Handlung, sein Bewusstsein zu fokussieren, ist willentlich. Der Mensch kann seinen Geist aktiv und zielgerichtet auf die Realität fokussieren oder er kann diesen Fokus aussetzen in einem halbbewussten Dämmerzustand. Bloß auf irgendeinen Reiz des unmittelbaren Momentes reagieren und der Gnade seines ungerichteten sinnlichen wahrnehmenden Mechanismus der unzufälliger Assoziationen ausgeliefert sein. Also dieser Paragraf ist denke ich auch ganz wichtig, weil er wird auch später noch bedeutend werden, weil Ayn Rand Leute, die nicht denken, die sich aktiv entscheiden, nicht zu denken, verachtet. weil sie ihm sagt, der Verstand ist das Werkzeug, was der Mensch braucht, um zu überleben und wenn du es nicht benutzt, dann bist du eigentlich ein Apostel des Todes und wartest nur auf deinen Untergang. Keine Ahnung, ich sehe, dass sich ein Tsunami auf mich zubewegt und ich kann jetzt denken, in fünf Minuten wird der mich erreicht haben und ertränken und dann sollte ich vielleicht lieber machen, dass ich wegkomme hier oder das ist ja schön hier und da hinten tobt so eine Welle, ach hallo Welle, ich bleibe mal hier und sonne mich weiter. Und fünf Minuten später ist der eine Mensch halt in trockener Sicherheit und der andere Mensch ertrinkt. Und das ist also der Unterschied zwischen Leben und Tod. Oder ich sehe einen Waldbrand, gut, Waldbrand oder so, das wäre wahrscheinlich auch automatisch, weil Tiere fliehen ja auch davor, aber ja, ihr könnt euch ja selber die Beispiele denken, einfach, wie viele Tode kann ich vermeiden, wenn ich einfach ein bisschen nachdenke. Also, wenn der Mensch den Fokus seines Verstandes ausschaltet, kann man ihn in einem nichtmenschlichen Sinn des Wortes bewusst nennen, da er ja Sinnesdaten und Wahrnehmungen erlebt. Doch im Sinn des Wortes, wie es auf Menschen anwendbar ist, im Sinn eines Bewusstseins, welches sich der Realität bewusst ist und mit ihr umzugehen weiß, eines Bewusstseins, das fähig ist, die Handlungen für das Überleben eines menschlichen Wesens zu leiten, ist ein unfokussierter Geist nicht bewusst. Ja, also, nochmal das Beispiel jetzt mit dem Tsunami. Psychologisch gesehen ist die Entscheidung denken oder nicht die Wahl zwischen fokussieren oder nicht. Existenziell gesehen ist die Entscheidung fokussieren oder nicht die Wahl zwischen Bewusstsein oder nicht. Metaphysisch gesehen ist die Entscheidung Bewusstsein oder nicht die Wahl zwischen Leben oder Tod. Also, das sind jetzt hier so ein paar Phrasen, die sich ähneln. Wir haben einmal psychologisch gesehen ist entweder ich denke, das heißt, ich fokussiere oder nicht. Wenn es um eine Existenz geht, dann habe ich die Wahl zwischen fokussieren, also Bewusstsein oder nicht und wenn es jetzt um meine Realität geht, dann ist die Wahl zwischen bin ich mir bewusst oder bin ich tot. Also, bin ich mir bewusst oder nicht, das heißt, lebe ich oder bin ich tot. Weil, wenn der Tsunami halt kommt, dann bin ich halt wrecked. Okay, also wir haben hier drei Ebenen analysiert. Einmal die psychologische, die existenzielle und die metaphysische. Und letztendlich, um das Ganze abzukürzen, ist die Entscheidung Denken, also Leben oder nicht, also Sterben. Bewusstsein und, ja, Leute, natürlich, das geht nicht so von heute auf, äh, oder von jetzt auf gleich, ja, ich mache einmal meinen Kopf aus und zack, bumm, falle ich tot um. Nein, so ist es natürlich nicht, aber, ja, wenn wir uns jetzt mal längerfristig den, das Leben eines Menschen anschauen, Leute, die mit geschlossenen Augen über die Autobahn gehen, werden wahrscheinlich nicht so lange unter uns sein, ja, gut. Bewusstsein ist für die Organismen, die es besitzen, die Überlebensgrundlage. Für den Menschen ist die Überlebensgrundlage der Verstand. Der Mensch kann nicht, wie ein Tier, durch die Leitung bloßer Wahrnehmungen überleben. Das Gefühl von Hunger wird ihm sagen, dass er Nahrung benötigt, falls er gelernt hat, es als Hunger zu identifizieren, also wieder dieser Begriff, doch es wird ihm nicht sagen, wie er seine Nahrung erlangen kann, oder welche Nahrung gut oder giftig für ihn ist. Ohne einen Denkprozess kann er nicht einmal seine simpelsten physischen Bedürfnisse befriedigen. Er braucht einen Denkprozess, um zu entdecken, wie man pflanzt und sein Essen anbaut, oder wie man Waffen für die Jagd herstellt. Seine Wahrnehmung führt ihn vielleicht zu einer Höhle, wenn es eine gibt, doch um den simpelsten Unterschlupf zu bauen, braucht er einen Denkprozess. Weder Wahrnehmungen noch Instinkte werden ihm sagen, wie man Feuer macht, Stoff webt, Werkzeuge schmiedet, ein Rad oder ein Flugzeug baut, eine Blinddarm- Operation durchführt, eine elektrische Glühbirne, eine Elektronenröhre oder ein Teilchenbeschleuniger baut oder eine Schachtel Streichholzer produziert. Und doch hängt sein Leben von solchem Wissen ab. Und nur ein willentlicher Akt des Bewusstseins, ein Denkprozess kann das leisten. Also, das hatten wir auch schon bei Rothbard in der Ethik der Freiheit. Robinson wird an die Insel geschwemmt und jetzt braucht er seinen Verstand um zu überleben. Ja, das ist sein Werkzeug. Es ist praktisch wie, es ist jetzt nicht wie ein Hammer, sondern es ist eher wie so ein ultrakrasses Schweizer Taschenmesser. Ich kann damit Literatur lesen, ich kann damit Mathematik machen, Physik, Chemie, Biologie, Kryptographie, hast du nicht gesehen. Aber ich muss halt immer diesen Verstand benutzen, weil automatisch baut sich halt vor mir kein Tesla Model X auf. So ist halt nun mal die Welt. Und trotzdem brauche ich dieses, ja gut, vielleicht Model X brauche ich jetzt nicht zum Überleben, aber wenn ich jetzt einen Kaffee trinken will, muss ich ja lernen erstmal, ich brauche die Rezepte sozusagen, wie baue ich denn Kaffeebohnen an, wie röste ich denn Kaffeebohnen, wie baue ich mir das Werkzeug, um Kaffeebohnen zu rösten, wie koche ich den Kaffee, ja wie koche ich Wasser, wie mache ich Feuer und so weiter und so fort. Das ist alles, das sind alles Dinge, die nicht automatisch passieren, ja, ich gehe nicht so durch die ungerührte Natur und auf einmal finde ich da einen frisch gekochten Kaffee, das gibt's einfach nicht. Also, das ist nicht konform der Realität, beziehungsweise, wenn wir uns mal umschauen, ja, ich sitze jetzt hier in einem Haus, was von Menschen gemacht ist, vor einem Mikrofon, was von Menschen gemacht ist, angeschlossen an einen Laptop, der von Menschen gemacht ist, an einem Tisch, der von Menschen gemacht ist, das ist alles, alles, was ich gerade um mich herum sehe, bis auf das Meer, ist von Menschen gemacht und ja, ohne das könnte ich erstens nicht mit euch kommunizieren, da würde ich wahrscheinlich gar nicht leben, ja, also ich, gut, man passt sich ja immer an die Umgebung an und vielleicht, wenn es all diese Sachen hier, die Hochhäuser und so weiter nicht gäbe, dann würde ich auch lernen, ja, wie mache ich ein Feuer und so weiter, aber ja, das ist jetzt halt nicht so, okay, ich denke, ihr versteht, was ich meine, wichtig hier finde ich halt, diesen Satz, der Verstand, für einen Menschen ist die Überlebensgrundlage der Verstand und natürlich noch vor dem Hintergrund, dass dieser Prozess des Denkens nichts Automatisches ist, sondern etwas, für das man sich aktiv entscheiden muss, okay, aber die Verantwortung des Menschen geht noch weiter. Ein Denkprozess ist weder automatisch noch instinktiv, noch unwillkürlich, noch unfehlbar. Der Mensch muss ihn initiieren, ihn aufrechterhalten und die Verantwortung für seine Ergebnisse tragen. Er muss entdecken, wie man zwischen wahr oder falsch unterscheiden und seine eigenen Fehler korrigieren kann. Er muss entdecken, wie er die Stichhaltigkeit seiner Begriffe, seiner Feststellungen und seines Wissens erkennen kann. Er muss die Regeln des Denkens, die Gesetze der Logik entdecken, um damit sein Denken zu leiten. Die Natur gibt ihm keine automatische Garantie für die Wirksamkeit seiner geistigen Anstrengungen. Ja, also die Nature is a Bitch. Ja, und wenn du halt Fehler gemacht hast in der Konstruktion, wie die Brücke stehen soll oder wie die Brücke Last tragen soll und oder auf falschen Annahmen aufgebaut hast, einfach Fehler in deinem Denken hattest, die du nicht selber erkannt hast und korrigiert hast, dann bricht halt die Brücke ein. Das ist dann halt die Natur und die sagt dir nicht auf einmal hast die Skizze gemalt und dann kommt da eine Amsel daher geflogen und sagt ja hier das hält doch nie im Leben oder so sondern das lernt man halt wenn die Brücke einbricht oder natürlich im besseren Fall hat man das vorher schon modelliert und so weiter und so fort da kann man sich ja dann auch wieder durch den Denkprozess bestimmte Absicherungen machen zumindest ein bisschen Garantie haben für die Sinnhaftigkeit des eigenen Denken aber wir halten fest der Denkprozess ist nicht unfehlbar und es ist die Verantwortung des Menschen selber die Fehler im Denken zu korrigieren Nichts ist dem Menschen auf der Erde gegeben außer einem Potenzial und dem Material um es zu realisieren das Potenzial aus einer überragenden Maschine das Potenzial besteht aus einer überragenden Maschine seinem Bewusstsein doch es ist eine Maschine ohne Zündkerze eine Maschine deren eigener Wille ihre Zündkerze ist ihre Zündkerze ihr Anlasser und Fahrer sein muss der Mensch muss entdecken wie man sie benutzt und er selbst muss sie in ständiger Aktion halten das Material ist das gesamte Universum ohne Grenzen für das Wissen das er erwerben und die Lebensfreude die er empfinden kann doch alles was er braucht oder begehrt muss von ihm erlernt entdeckt und produziert werden durch seine eigene Entscheidung durch seine eigene Anstrengung durch seinen eigenen Verstand also wir haben einen Supercomputer im Gehirn aber dem fehlt irgendwie der Antrieb den Antrieb müssen wir selber geben wir haben zwar diesen Verstand der ultra krass sein kann aber das ist eben nur Potenzial und was wir letztendlich aus dem Potenzial machen das liegt an uns dem Menschen der den Verstand besitzt dem Fahrer des Karren sozusagen ein Organismus der nicht automatisch weiß was wahr oder unwahr ist kann nicht automatisch wissen was richtig oder falsch ist was für ihn gut oder böse ist doch er braucht dieses Wissen um zu leben er ist nicht von den Gesetzen der Realität ausgenommen er ist ein spezifischer Organismus mit einer spezifischen Natur die spezifische Handlungen erfordert um sein eigenes Leben zu erhalten er kann sein Überleben weder durch willkürliche Mittel noch durch zufällige Bewegungen blinde Triebe Glück oder Launen erreichen das was er zum Überleben braucht wird bestimmt durch seine Natur und unterliegt nicht seiner Entscheidung seiner Entscheidung unterliegt nur ob er es entdeckt oder nicht ob er die richtigen Ziele und Werte wählt oder nicht Er ist frei die falsche Wahl zu treffen aber nicht frei damit Erfolg zu haben Er ist frei der Realität auszuweichen Er ist frei seinen geistigen Fokus auszuschalten und blind jeden beliebigen Weg entlang zu stolpern doch er ist nicht frei den Abgrund zu ihm gehen den er sich zu sehen weigert Wissen ist für jeden bewussten Organismus die Überlebens Grundlage Für ein lebendiges Bewusstsein impliziert jedes ist ein sollte dem mensch ist es freigestellt sich zu entscheiden nicht bewusst zu sein aber es ist ihm nicht freigestellt der Strafe der Bewusstlosigkeit zu entkommen der Zerstörung der Mensch ist die einzige lebende Spezies die die Macht hat als ihr eigener Zerstörer zu handeln und so hat der Mensch in seiner Geschichte meistens gehandelt harte Worte und ich finde das unglaublich krass was sie hier sagt also wir können uns das so vorstellen ich als Mensch ich habe jetzt die Wahl ob ich denken will oder nicht und ja weg vom Tsunami hin zur Klippe stellen wir uns vor wir stehen an einer Klippe und wir stehen da nicht alleine sondern wir stehen da auch noch mit dem guten olden Bernie Sanders keine Ahnung warum ich den jetzt wähle und Bernie Sanders sagt jetzt ja hier an dieser Klippe ist ein unsichtbarer Weg ja also normalerweise wenn man da ja von irgendwas runterspringt dann fällt man runter aber der gute Bernie sagt jetzt nein da ist eine Brücke und wenn du da drauf gehst dann fällst du nicht herunter ja und gut jetzt mache ich da einen kleinen Test und schmeiße ein Steinchen auf diese angebliche Brücke und das Steinchen oh Wunder es fällt herunter ja und jetzt habe ich die Wahl entweder fokussiere ich mich ich fange an zu denken und überlege mir der Bernie ich habe um das zu testen ein Steinchen drauf geworfen und das Steinchen ist runter gefallen und jetzt sagt Bernie ja für Steine funktioniert das nicht für Menschen aber schon und jetzt habe ich die Wahl überlege ich Kraft meines eigenen Verstandes ob ich das jetzt machen will da diesen Schritt ins Nichts zu wagen und vielleicht in der Luft stehen zu bleiben wie der Wiley Coyote aber vielleicht falle ich eben jetzt ist ja der persönliche Verstand gefragt und für die Leute ja also ich bin ja jetzt vollkommen frei ob ich den Schritt nach vorne gehen will oder nicht ob ich denken will oder nicht beziehungsweise ob ich da bin da bin ich bin jetzt aber nicht frei nachdem ich diesen Schritt nach vorne gegangen bin um zu entscheiden ich bleibe in der Luft oder ich falle nach unten ja das ist dann die harte Realität und man wird halt nach unten fallen das heißt du kannst dir vorstellen ja was weiß ich dass der Staat dein Freund und Helfer ist und die Polizei sind leute Leute die alle nur dein Bestes wollen und steuern das ist halt die der Preis den wir zahlen um in einer zivilisierten Gesellschaft zu leben das kannst du dir alles vorstellen aber das heißt nicht dass das mit der Realität übereinstimmen muss ja und es kann eben auch sein dass du komplett an der Realität vorbeigelebt hast weil du deinen eigenen Verstand nicht benutzt hast und am Ende von sowas steht eben nur die Zerstörung und jetzt sagt sie eben halt im letzten Satz ja der Mensch ist die einzige lebende Spezies von allem Leben was es gibt auf der Welt und wenn wir uns anschauen wie viele verschiedene Spezies allein im Amazonas leben ja und dann auch in den Tiefen des Ozeans was wir noch nie ergründet haben von all diesen Spezies ist der Mensch der einzige der als eigener Zerstörer handeln kann und die Tragik an der ganzen Geschichte ist eben dass er es meistens auch getan hat und hier Ayn Rands persönliche Geschichte mit dem Sozialismus auch hier hat der Mensch als sein eigener Zerstörer gehandelt du bist frei zu glauben dass die Planwirtschaft funktioniert du bist aber nicht frei deinen Hunger mit nichts zu stillen das ist eine Realität du kannst dir vorstellen ich habe so einen toll gedeckten Tisch vor mir aber in Realität ist dieser Tisch leer und in der Realität nimmst du keine Kalorien auf um deinen Körper zu nähren in der Realität wirst du vergehen daran okay also wichtiger Zwischenschluss oder wir ziehen mal kurz eine Linie wieder und summieren das alles auf der Mensch kann als sein Zerstörer handeln als einziges Lebewesen als jetzt stellt sich die Frage welches sind also die richtigen Ziele die der Mensch verfolgen sollte welches sind die Werte die er zum Überleben benötigt das ist die Frage die durch die Wissenschaft der Ethik beantworten werden muss und darum meine Damen und Herren braucht der Mensch einen Moralkodex also weil wir eben diese unglaubliche Freiheit haben auch uns selber zu vernichten brauchen wir Werte brauchen wir die richtigen Ziele die Orientierung damit wir wissen in welche Richtung wir laufen können und welche Richtung uns ins Verderben führt und deswegen ist der Mensch die einzige Spezies die sowas braucht bei keiner anderen Spezies ist halt die Entscheidung ja gut wir als Rudelwölfe im Yellowstone Nationalpark wir führen jetzt den Sozialismus ein und so weiter das funktioniert bei denen einfach gar nicht weil diesen Verstand nicht haben das Bewusstsein ja diese den Prozess des Denkens der existiert dort nicht und eine Sache möchte ich noch hervorheben so auf einer abstrakten philosophischen Ebene und zwar und zwar ist das dieser sein sollte oder ist sollte Dualismus sagt man vielleicht auch weil das eine ist ich beschreibe einfach nur die Welt wie sie ist das ist das ist und auf der anderen Seite beschreibe ich wie der Mensch sich verhalten sollte und das hatte ich ja schon mal gesagt das eine ist eben deskriptiv ich beschreibe nur wie etwas ist aber auf der anderen Seite schreibe ich auch etwas vor wie etwas sein sollte ja und das ist eben so ein Ding in der Philosophie in der modernen Philosophie was die Philosophen ungerne machen sage ich mal ja sehr 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 ungerne machen beziehungsweise sie trauen sich nicht so wirklich zu sagen ja das ist das sollte so sein sondern sie verstecken sich meistens hinter so einer angeblich wertfreien Wissenschaft ja die dann sagen ja wir wollen ja keine Vorschriften machen aber so und so und deswegen bitte mehr Staat das das ist dann meistens so die Allianz zwischen den Akademikern und der Machthaber die wir auch schon in der Anatomie des Staates besprochen haben aber ja gut das war also nochmal wichtig dieses wir haben jetzt festgestellt wie der Mensch ist dass er die Fakultät hat zu denken dass er das Potenzial dafür hat dass er aber auch keine Zündkerze hat das ist das ist und jetzt widmen wir uns dem Sollen wie soll sich der Mensch denn überhaupt verhalten jetzt können sie die Bedeutung von Lehren einschätzen die ihnen sagen dass Ethik das Reich des Irrationalen sei dass die Vernunft das Leben des Menschen nicht leiten könne dass seine Ziele und Werte durch Abstimmung oder nach Laune bestimmt werden sollten dass Ethik nichts mit der Realität mit dem Dasein oder mit praktischen Handlungen und Angelegenheiten zu tun habe oder dass das Ziel der Ethik jenseits des Grabes liege dass die Toten Ethik bräuchten nicht aber die Lebenden ich glaube das sind Schotz feiert gegen das Christentum oder gegen eigentlich alle Religionen die an ein Leben nach dem Tod glauben Ethik ist kein mystisches Hirngespenst und keine gesellschaftliche Konvention und ebenso wenig ist sie ein entbehrlicher subjektiver Luxus den man abschalten oder in einem Notfall wegwerfen kann Ethik ist eine objektive metaphysische Notwendigkeit des menschlichen Überlebens nicht aufgrund des Übernatürlichen ihrer Nachbarn oder ihrer Launen sondern aufgrund der Realität und der Natur ihres Lebens also wir haben jetzt hier auch noch Schotz gegen die Demokratie es ist nicht so dass wir einfach über Ethik abstimmen können und sagen ja da müssen wir aber mal so machen und so machen und weil das 51% sagen oder 66% oder 95% dann ist das halt so sondern Ethik ist in der Realität verankert und entweder oder was ist entweder und wir müssen jetzt halt die Realität so gut wir können begreifen unsere Fehler möglichst schnell korrigieren um eben diese objektive metaphysische Notwendigkeit des menschlichen Überlebens zu befriedigen ok ich zitiere aus Gauls Rede Zitat Man hat den Menschen ein vernünftiges Wesen genannt doch Vernunft ist eine Sache der eigenen Entscheidung seine Natur stellt dem Menschen vor die Alternative vernünftiges Wesen oder selbstmörderische Kreatur Er muss entscheiden ob er Mensch sein will Er muss entscheiden ob er sein Leben für einen Wert halten will Er muss entscheiden ob er lernen will es zu erhalten Er muss entscheiden ob er die Werte die es erfordert entdecken und seine Tugenden üben will Ein Wertekanon für den man sich entscheidet ist ein Moralkodex Zitat Ende Also die Definition von Moralkodex Was ist denn ein Moralkodex Ein Moralkodex ist ein Wertekanon und das heißt jetzt also eine Ansammlung von Werten die wahrscheinlich dadurch angeführt wird so ey bro ich muss erstmal selber überleben ich muss mein eigenes Leben erhalten und fortführen Der Wertemaßstab der objektivistischen Ethik also der Ethik von Ayn Rand beziehungsweise der Ethik die Ayn Rand nach vorne trägt der Maßstab an dem man misst was gut oder böse ist ist das Leben des Menschen oder das was für das Überleben des Menschen als Mensch erforderlich ist da die Vernunft die menschliche Überlebensgrundlage ist ist das was geeignet für das Leben eines rationalen Wesens ist das Gute das was es negiert behindert oder zerstört das Böse also wir brauchen einen Maßstab ja das ist ja oft so wir brauchen einen Maßstab außerhalb unseres subjektiven Denkens so ist das zum Beispiel auch beim Naturrecht und Ayn Rand sagt es also der Wertemaßstab der objektivistischen Ethik also der Ethik die auf einer objektiven Realität aufbaut und als epistemologische als epistemologisches Werkzeug den Verstand hat ist das Leben das Überleben des Menschen als Mensch da alles was der Mensch braucht von seinem eigenen Verstand entdeckt und von seiner eigenen Anstrengung produziert werden muss sind die beiden für ein rationales Wesen unentbehrlichen Voraussetzungen zum Überleben Denken und produktive Arbeit und das ist genau das was wir eben auch in der Ethik der Freiheit ganz am Anfang festgestellt haben bei Robinson ich komme immer wieder zurück zum Robinson Crusoe und seiner Sozialphilosophie Robinson muss feststellen dass er nicht automatisch auf der Insel überlebt dass ihm nicht die gebratenen Hähnchen in den Mund flattern sondern dass er durch Denken auf Rezepte kommen muss wie baue ich eine Angel wie baue ich ein Lagerfeuer und dann natürlich auch noch die Zeit rein investieren muss mit seiner eigenen Arbeit vermischt die diese Rezepte in die Realität zu bringen und zu manifestieren falls einige Menschen sich entscheiden nicht zu denken und stattdessen wie trainierte Tiere durch Imitieren und Wiederholen zu überleben durch die Routine von Lauten und Bewegungen die sie von anderen gelernt haben aber nie die Anstrengung unternehmen ihre eigene Arbeit zu verstehen so bleibt es trotzdem wahr dass ihr Überleben nur durch jene ermöglicht wird die sich entschieden haben zu denken und die Bewegungen entdeckten die diese wiederholen das Überleben solcher geistigen Schmarotzer hängt vom Zufall ab ihr unfokussierter Geist ist unfähig zu wissen wen man imitieren und wessen Bewegungen man folgen soll solche Menschen folgen jedem Zerstörer auf dem Weg in den Abgrund wenn er ihnen verspricht die Verantwortung zu übernehmen der sie ausweichen der Verantwortung bewusst zu sein Stichwort Sozialismus Stichwort Bernie Sanders wir schieben unsere Verantwortung auf Vater Staat und hoffen dass er für uns das Überleben bringt wobei in den meisten Fällen oder was heißt in den meisten Fällen normalerweise bringt der Staat eben genau die Zerstörung der man eigentlich aus dem Weg gehen will das heißt und das bringt uns auch wieder zu einem schönen Zitat von Michael Malice Leute die Herrscher brauchen sind nicht in der Lage diese Herrscher auszuwählen weil wenn ich komplett mein Denken ausschalte dann weiß ich ja nicht mal wen ich imitieren soll wem soll ich denn nachmachen soll ich Elon Musk nacheifern oder dem Penner auf der Straße das weiß ich ja nicht ohne zu denken und ja gut in den meisten Fällen ist es natürlich so ich überlege mir oder ich höre in mich selber rein ja wer fühlt sich denn gut an und wenn Bernie Sanders mir sagt hey ich lösche deine Schulden aus die du aufgenommen hast um was weiß ich Gender Studies zu studieren ja was weiß ich 200.000 Euro Schulden oder Dollarschulden dann fühlt sich das für mich gut dann imitiere ich den beziehungsweise dann möchte ich meine Verantwortung auf den schieben aber das hat eben nichts mit Denken zu tun ein Rant ist jemand der sagt die Emotionen sollten dem Verstand untergeordnet sein und auch wenn sich das gut anfühlt wenn Barack Obama seine Rede schwingt sollte ich ihm vielleicht nicht blind nach Syrien oder sonst wohin folgen Falls einige Menschen versuchen mittels nackter Gewalt Betrug Raub Täuschung oder Versklavung dass ihr Überleben nur durch ihre Opfer ermöglicht wird nur durch die Menschen die sich entschieden haben zu denken und die Güter zu produzieren die die Räuber dann an sich reißen solche Räuber sind Schmarotzer die unfähig sind zu überleben sie existieren durch die Zerstörung derer die dazu fähig sind und einen Weg verfolgen der für Menschen angemessen ist ganz ganz gleich wie bei der Ethik der Freiheit wir haben einmal Eigentumsrechte als Status praktisch oder als Standard für menschliches Handeln und wir können jetzt entweder freiwillig kooperieren Robinson geht fischen Freitag geht Beeren sammeln beide treffen sich und tauschen Fische gegen Beeren oder Freitag kommt zu Robinson prügelt ihn tot und nimmt ihm die Fische weg das ist dann aber ein parasitäres Verhalten und das hat Rothbard ja auch schon so gesagt und wenn der Freitag den Robinson dann tot geknüppelt hat dann hat er einmal was zu essen ja aber am nächsten Tag wird er hungrig nach Hause gehen und in der nächsten Woche wird er dann wahrscheinlich verhungern weil er eben nicht selber dazu fähig ist zu produzieren die Menschen die versuchen vielleicht noch ganz kurz was ein rent jetzt hier anführt nackte gewalt betrug raub täuschung versklavung das ist alles sind brüche von eigentumsrechten ja und ich meine es ist wirklich interessant die parallelen zwischen Rothbard und ein rent zu erkennen weil Rothbard murray Rothbard war auch im inner circle von ein rent eine ganze zeit lang bis er dann in ungnade gefallen ist weil er halt nicht alle ihrer Thesen vertreten hat und ein schlimmer schlimmer anarchist geworden ist aber im Kern sind sie sich sehr ähnlich und ich würde sagen dass ein rent kein anarchist ist das ist dann eher ihre eigene schuld ich glaube da hat sie sich dann auch nicht zu sehr angestrengt selber zu denken okay die Menschen die versuchen nicht durch den Verstand sondern durch Gewalt zu überleben versuchen durch die Lebensweise von Tieren zu überleben doch genauso wie Tiere nicht in der Lage wären mit der Lebensweise von Pflanzen zu überleben indem sie die Fortbewegung aufgeben und darauf warten dass die Erde sie ernährt genauso können Menschen nicht überleben mit dem Versuch die Lebensweise von Tieren nachzuahmen indem sie ihren Verstand aufgeben und auf produktive Menschen zählen die ihnen als Beute dienen sollen solche Räuber mögen ihre Ziele für den Augenblick erreichen zum Preis der Zerstörung der Zerstörung ihrer Opfer und ihrer eigenen als Beweis biete ich ihnen jeden beliebigen Kriminellen oder jede beliebige Diktatur ja also das Sowjet Reich hätte nie so lange überleben können wie sie es gemacht hätten wenn es nicht Leute gegeben hätte die tatsächlich produziert hätten wenn es nicht Leute gegeben hätten die sie ausrauben könnten weil der Sozialismus ist eben wir rauben halt die produktiven Leute aus und leben auf dieser bestialischen auf dieser tierischen Art und das funktioniert eben für den Menschen nicht der Mensch ist ein höheres Lebewesen und er braucht eben diesen Moralkodex der Mensch kann nicht wie ein Tier durch handeln von Minute zu Minute überleben das Leben eines Tieres besteht aus einer Serie einzelner immer wiederkehrender Zyklen wie dem Zyklus des Ausbrütens der Jungen oder dem Anlegen von Nahrungsvorräten für den Winter das Bewusstsein eines Tieres kann seine gesamte Lebensspanne nicht integrieren ein Bewusstsein kann das Tier nur so und so weit führen dann muss das Tier den Zyklus ohne Beziehung zur Vergangenheit von vorne beginnen Das Leben des Menschen ist ein kontinuierliches Ganzes Jeder Tag jedes Jahr und jedes Jahrzehnt seines Lebens trägt die Summe aller vergangenen Tage in sich im Guten wie im Schlechten Er kann seine Entscheidungen ändern Er ist frei die Richtung seines Weges zu ändern Er ist sogar in vielen Fällen frei für die Konsequenzen seiner Vergangenheit Buße zu tun Doch er ist nicht frei ihnen zu entkommen Leben ungestraft von Minute zu Minute zu Leben wie ein Tier ein Playboy oder ein Gangster Wenn er erfolgreich überleben will wenn seine Handlungen nicht auf die eigene Zerstörung abziehen sollen muss der Mensch seinen Weg seine Ziele und seine Werte im Kontext eines ganzen Lebens wählen Gefühle Wahrnehmungen Triebe oder Instinkte können das nicht leisten Nur der Verstand kann das Also wir Menschen wir können in die Zukunft planen und ich kann mir jetzt mit meinen jungen 26 Jahren auch schon vorstellen was ich mit 80 machen will und ich kann das integrieren ich kann jetzt zum Beispiel sagen ja gut mit 80 möchte ich nicht mehr auf der Baustelle stehen und die Schaufel schwingen sondern ich würde gerne im Lehnstuhl in Tahiti sitzen und was weiß ich einen kalten Cocktail trinken was muss ich machen dass ich da hinkomme was muss ich dann planen was muss ich arbeiten was muss ich sparen dass ich mir diese Vision erfüllen kann und das funktioniert eben nicht wenn ich in den Tag hinein lebe wenn ich mich immer von meiner Laune treiben lasse jetzt habe ich Hunger dann gehe ich zum McDonalds und hole mir einen Cheeseburger jetzt möchte ich ein bisschen Spaß haben dann gehe ich in den Vergnügungspark und fahre Achterbahn und so dafür braucht man ja Geld zum Beispiel und Geld muss man verdienen und da muss ich mir ein Budget machen wie viel Geld habe ich noch wie viel gebe ich aus und so weiter und das muss der Mensch halt tun dies ist die Bedeutung der Definition Zitat für was das über was für das Überleben des Menschen qua Mensch erforderlich ist Zitat Ende sie bedeutet nicht momentanes oder bloßes physisches Überleben sie bedeutet nicht das momentane physische Überleben eines hirnlosen Untiers das darauf wartet von einer von einem anderen Untier den Schädel eingeschlagen zu bekommen sie bedeutet nicht das momentane oder das rein physische Überleben einer kriechenden Ansammlung von Muskeln die willens ist jede Bedingung zu akzeptieren jedem Gangster zu gehorchen und alle Werte für das Überleben um jeden Preis aufzugeben was eine Woche oder ein Jahr dauern kann oder auch nicht das Überleben des Menschen qua Mensch meint die Bedingungen Methoden Umstände und Ziele die ein rationales Wesen für sein gesamtes Leben braucht in allen Aspekten die seiner Entscheidung unterliegen Also dieses Qua Mensch heißt als Mensch nehme ich jetzt mal an ich kann kein Latein aber wir müssen uns überlegen was ist denn unsere Natur als Mensch und wie schaffe ich es jetzt mit meinem Verstand beziehungsweise wie schaffe ich es meiner Natur gemäß zu leben und das bedeutet dann eben dass ich meinen Verstand benutze dass ich denke dass ich mein Wissen erweitern möchte Fehler ausmerzen und weiteres Wissen integrieren der Mensch kann nicht als etwas anderes als ein Mensch überleben er kann seine Lebensgrundlage seinen Verstand aufgeben er kann sich in eine unmenschliche Kreatur verwandeln und er kann sein Leben einer kurzen Periode der Agonie machen genau wie sein Körper für eine Weile im Prozess der Auflösung durch Krankheit existieren kann aber er kann als ein unmenschliches Wesen nur darin erfolgreich sein etwas Unmenschliches zu erreichen wie es die vernunftfeindlichen Perioden der Geschichte mit all ihren Gräuelen demonstrieren können der Mensch muss sich entscheiden ein Mensch zu sein und die Aufgabe der Ethik besteht darin ihn zu lehren wie man als Mensch lebt also für kurze Zeit kann ich überleben wenn ich als Serienmörder durch Städte ziehe ja ich habe Hunger gut dann gehe ich in die Bäckerei rein knüppel den Verkäufer tot und grabsch mir alles aus der Theke was ich kriegen kann und still meinen Hunger naja das funktioniert für eine Zeit aber es funktioniert eben nicht langfristig weil zum Beispiel andere Menschen daherkommen würden und sagen hey das ist doch der Bäckermörder und mich dann einsperren oder gar erschießen das heißt ein Mensch muss sich überlegen wie funktioniere ich als Mensch und was brauche ich dann für einen Moralkodex die objektivistische Ethik betrachtet das Leben des Menschen als den Wertemaßstab und Zweck eines jeden individuellen Menschen der Unterschied zwischen Maßstab und Zweck in diesem Kontext ist folgender ein Maßstab ist ein abstraktes Prinzip das als Eich Strich dient um die Entscheidungen beim Erlangen eines spezifischen Zwecks zu leiten Zitat das was für das Überleben des Menschen qua Mensch erforderlich ist Zitat Ende ist ein abstraktes Prinzip das für jeden individuellen Menschen gilt die Aufgabe dieses Prinzip auf einen konkreten spezifischen Zweck anzuwenden den Zweck des für ein rationales Wesen angemessenen Lebens gilt für jeden individuellen Menschen und das Leben das er leben muss ist sein eigenes also ich kann mir am Morgen nicht aussuchen ich gucke in den Spiegel und sage ich wäre gern Boris Becker oder so sondern ich lebe als Alex Salacho und da muss ich mir halt überlegen gut was ist für mein Leben jetzt hier wie erfülle ich dieses Prinzip das abstrakte Prinzip was brauche ich als Mensch und dann meinen Zweck ist mein persönliches Leben der Mensch muss seine Handlungen Werte und Ziele nach einem Maßstab wählen der auf den Menschen passt um den ultimativen Wert den Selbstzweck zu erreichen zu erlangen zu erfüllen und zu genießen das eigene Leben also der Selbstzweck ist das eigene Leben Ein Wert ist das was man erlangen und oder erhalten will Tugend ist die Handlung durch die man ihn erlangt und oder erhält Die drei Kardinalwerte der objektivistischen Ethik die drei Werte die zusammen die Verwirklichung des ultimativen Wertes des eigenen Lebens und die Mittel dazu sind lauten 1 Vernunft 2 Zielstrebigkeit und 3 Selbstachtung mit ihren drei dazugehörigen Tugenden Rationalität Produktivität und Stolz also und das ist jetzt wieder so ein Punkt ja ich persönlich finde den jetzt nicht so wichtig aber ich kann mich zum Beispiel daran erinnern als ich noch jünger war fand ich das sehr wichtig wir haben jetzt also drei Werte ja also drei Kardinalwerte die wir alle brauchen um diesen ultimativen Wert diesen Selbstwert diesen Selbstzweck des eigenen Lebens zu realisieren das sind ja Vernunft Zielstrebigkeit und Selbstachtung und die Tugend ist jetzt das was diesen Wert nach vorne bringt oder erhält oder erlangt und das wäre jetzt zum Beispiel Rationalität bei der Vernunft Produktivität bei der Zielstrebigkeit und Stolz bei der Selbstachtung Produktive Arbeit ist der zentrale Zweck im Leben eines rationalen Menschen der zentrale Wert der die Hierarchie aller seiner sonstigen Werte integriert und bestimmt Vernunft ist die Quelle die Voraussetzung seiner produktiven Arbeit Stolz ist das Resultat also wir haben jetzt hier das nochmal ein bisschen umschrieben wir haben einmal die produktive Arbeit damit ich den zentralen Wert der Hierarchie integrieren und bestimmen kann Vernunft ist die Quelle für diese produktive Arbeit ja weil woher will ich dann wissen wie ich produktiv arbeite wenn ich da nicht darüber nachdenken kann und mir die jetzt verschiedenen Begriffe integrieren kann und so weiter und so fort und Stolz ist einfach das was dabei rauskommt wenn ich in der Lage bin mich selber am Leben zu halten und selber für mein Wohl und das meiner Familie und sonst sowas zu sorgen das ist das der Stolz und in vielen Hinsichten oder in vielen Gesellschaften ist Stolz ja was Schlimmes eine der sieben Todsünden der Stolz und ich meine damit jetzt nicht den arroganten unverdienten Stolz dass ich zum Beispiel sage mein Vater hat das Auto erfunden oder so sondern dass man eben sich bewusst wird was habe ich erreicht zum Beispiel ja ich jetzt hier Alex Anarcho mit einem Podcast über 10.000 Downloads da bin ich stolz drauf das ist das Resultat meiner produktiven Arbeit ja und meine produktive Arbeit ist jetzt okay ich möchte anarcho kapitalistisches Gedankengut in der Welt verbreiten ja Freiheit in der Welt verbreiten euch aufklären das ist meine produktive Arbeit dass ich mich jetzt hier hinsetze ins Mikrofon spreche versuche die Texte ein bisschen besser zu erklären und so weiter und so fort und wenn ich dann sehe dass das bei euch ankommt ja wenn ich sehe dass das Leute toll finden dann bin ich da stolz drauf das sind also jetzt hier zum Beispiel diese drei Kardinalwerte und ihre dazugehörigen Tugend am Beispiel erklärt okay Rationalität ist die Grundtugend des Menschen die Quelle all seiner anderen Tugenden das Grundübel des Menschen die Quelle all seiner Übel ist der Akt den Fokus seines Geistes auszuschalten die Aussetzung seines eigenen Bewusstseins was nicht Blindheit ist sondern die Weigerung etwas sehen zu wollen nicht Unwissenheit sondern die Weigerung etwas wissen zu wollen Irrationalität ist die Ablehnung des Mittels zum Überleben und ist daher der Weg zur blinden Zerstörung das was verstandesfeindlich ist ist lebensfeindlich also nochmal zurück zur Klippe ich sehe eigentlich ja eigentlich alles rational in mir sagt Bro da ist keine unsichtbare Brücke der Bernie labert scheiße und ich sollte da nicht drauf gehen das sagt mir mein Verstand wenn ich mich jetzt aber weigere das zu begreifen wenn ich mich weigere das zu wissen dann bin ich irrational und dann gehe ich den Weg zur blinden Zerstörung das ist gegen meinen Verstand und gegen eigentlich mein Leben weil ich ja runterfalle und dann sterbe und jetzt eben ganz deutlich wenn ich mich jetzt hier dagegen entscheide dann bin ich irrational und zerstöre mich damit selbst über kurz oder lang gut die Tugend der Rationalität bedeutet dass man den Verstand als einzige Wissensquelle als einzigen Richter über Werte und als einzige Handlungsanleitung akzeptiert Rationalität bedeutet die Verpflichtung zu einem Zustand der vollen bewussten Aufmerksamkeit der Aufrechterhaltung des vollen geistigen Fokus in allen Bereichen in allen Entscheidungen und zu jeder Zeit sie bedeutet eine Verpflichtung zur vollen Wahrnehmung der Realität im Rahmen der eigenen Möglichkeiten und zur ständigen aktiven Erweiterung der eigenen Wahrnehmung das heißt des eigenen Wissens sie bedeutet eine Verpflichtung zur Realität der eigenen Existenz das heißt zu dem Prinzip dass alle Werte dass alle Ziele Werte und Handlungen in der Realität stattfinden und dass man daher nie einen Wert oder einen Gedanken über die eigene Wahrnehmung der Realität stellen darf sie bedeutet eine Verpflichtung zu dem Prinzip dass alle Überzeugungen Werte Ziele Wünsche Handlungen auf einem Denkprozess basieren von ihm abgeleitet und durch ihn gewählt und durch ihn belegt werden müssen Einem so präzisen und gewissenhaften Denkprozess einer so unnachgebigen Anwendung von Logik wie die eigene Fähigkeit es erlauben Rationalität bedeutet dass man die Verantwortung für die Bildung eigener Urteile übernimmt und man durch die Arbeit des eigenen Verstandes lebt was die Tugend der Unabhängigkeit ist sie bedeutet also die Rationalität bedeutet dass man die eigenen Überzeugungen niemals den Meinungen oder Wünschen anderer opfern darf was die Tugend der Integrität ist also wenn ich meine Überzeugung nicht oder wenn ich meine Rationalität nicht den Überzeugungen und Meinungen oder Wünschen von anderen zum Beispiel Bernie Sanders opfere dann ist das Integrität dass man nie versuchen darf die Wirklichkeit in irgendeiner Form zu verdrängen was die Tugend der Ehrlichkeit ist also dass ich mich blende und sage es regnet doch gar nicht obwohl ich klatschnass bin dass man nie das Unverdiente suchen oder gewähren darf weder materiell noch geistig was die Tugend der Gerechtigkeit ist die Rationalität bedeutet dass man sich nie Wirkungen ohne Ursachen wünschen darf dass man nie etwas verursachen darf ohne die volle Verantwortung für die Folgen zu übernehmen dass man nie wie ein Zombie das heißt ohne Kenntnis der eigenen Ziele und Motive handeln darf dass man nie außerhalb seines Kontexts Entscheidungen treffen Überzeugungen bilden oder Werte suchen darf das heißt außerhalb von oder im Widerspruch zur integrierten Gesamtsumme des eigenen Wissens und dass man vor allem niemals versuchen darf mit Widersprüchen durchzukommen Rationalität bedeutet die Ablehnung aller Formen des Mystizismus das heißt jeder in Anspruchnahme irgendeiner nicht sinnlichen nicht rationalen undefinierbaren übernatürlichen Wissensquelle sie bedeutet eine Verpflichtung zur Vernunft nicht als sporadische Laune in Einzelfällen oder speziellen Notlagen sondern als permanente Lebensweise also wir sind jetzt hier auf die Tugend der Rationalität wirklich in Detail eingegangen und ganz grob zusammengefasst die Rationalität ist die einzige Wissensquelle und der einzige Richter über Werte und Handlungen das heißt ich schiebe jetzt nicht meine Handlung auf Bernie Sanders und sage ja der gute Bernie sagt ich kann auf die Brücke gehen dann wird das wohl so sein dass da ein unsichtbarer Weg ist sondern dass ich eben mich selber meines Verstandes bediene selber nachdenke und dann eher zu dem Schloss komme gut der will mich verarschen und sie ist jetzt hier in der langen Passage darauf eingegangen und hat das einfach so in allen möglichen Bereichen angewendet was ich sehr schön finde und wir haben jetzt andere Tugenden kennengelernt die sich praktisch aus der Rationalität ableiten zum Beispiel die Tugend der Unabhängigkeit dass ich eben nicht auf einen Bernie verlasse die Tugend der Integrität dass ich meine eigenen Überzeugungen verfolge die Tugend der Ehrlichkeit dass ich die Realität so wahrnehme wie sie tatsächlich ist und mich nicht aktiv selber blende die Tugend der Gerechtigkeit dass ich nichts Unverdientes suche oder gewähre zum Beispiel ich möchte auch so reich sein wie Bill Gates oder so obwohl ich ja noch nicht mal was geleistet habe ich habe doch noch gar kein Betriebssystem erfunden und so deswegen es wäre total unverdient wenn ich so reich wäre wie Bill Gates und interessanterweise wenn ich da kurz drüber nachdenke all diese Tugenden werden im Status Quo ja wenn ich jetzt mir die Demokraten in den USA anschaue wird das alles verneint ja das ist immer wir sind nicht unabhängig ja also ich übernehme nicht die Verantwortung über meine eigenen Entscheidungen ja ich habe jetzt halt die 200.000 Dollar Student Loan Debt dann übernehme ich keine Verantwortung dafür ja ich möchte das nicht zurückbezahlen ich möchte das erlassen bekommen was dann natürlich auch unverdient wäre ja also ungerecht auch noch ich möchte ich blende mich mit Absicht vor der Realität zwar haben wir das 20. Jahrhundert was blutig darlegt was passiert wenn wir dem Staat viel Macht geben aber ich blende mich da trotzdem aktiv dagegen und und dann auch noch die eigentliche wirklich krasse Realisation dass ja eigentlich der Status Quo heute sehr nah an der Nazi Zeit dran ist aber trotzdem distanzieren sie sich immer sehr stark von den Nazis und sagen oh ja ja das waren die schlimmsten der Welt aber ey wir wollen trotzdem Meinungsfreiheit einschränken eigentlich die Redefreiheit also man sieht hier nicht nur verneihen sie Rationalität selber sondern auch all das was sich aus der Rationalität ableitet ok kommen wir zur Produktivität die Tugend der Produktivität ist die Anerkennung der Tatsache dass produktive Arbeit der Prozess ist durch den der Verstand das Leben des Menschen aufrecht erhält der Prozess der den Menschen von der Notwendigkeit befreit sich wie ein Tier an seine Umwelt anzupassen und ihm die Macht gibt seine Umwelt an sich anzupassen produktive Arbeit ist der Weg zu unbegrenztem Erfolg und verlangt die höchste Charaktereigenschaften des Menschen seinen Schöpfergeist seinen Ehrgeiz sein Durchsetzungsvermögen seine äh was seine Weigerung Fehlschläge hinzunehmen und seine Entschlossenheit die Erde nach dem Bild seiner Werte neu zu gestalten Produktive Arbeit bedeutet nicht die gedankenlose Ausführung eines Berufes sie bedeutet das bewusst gewählte Streben nach einer produktiven Laufbahn in einer rationalen Unternehmung groß oder bescheiden auf jeder Stufe der Leistungsfähigkeit nicht der Grad der Fähigkeit oder der Umfang der Arbeit sind hier ethisch relevant sondern die vollste und zweckmäßigste Ausübung des eigenen Verstandes also das war jetzt hier nochmal die Tugend der Produktivität genauer erklärt und wichtig finde ich hier jetzt hervorzuheben dass ein Rant jetzt nicht eine elitäre Philosophin ist die sagt ja manche Menschen sind halt intelligenter und das ist meine Zielgruppe auf die ich vertiefen will sondern ein Rant ist jemand der sagt jeder Mensch hat diesen Verstand und klar manche Leute sind vielleicht intelligenter ja Albert Einstein oder Elon Musk und so weiter und andere Leute sind halt nicht so intelligent aber trotzdem hat jeder Mensch die Möglichkeit zur produktiven Arbeit das heißt wirklich seine ganze sein ganzes Sein einer Sache zu widmen und sich da vollstens drin auszuleben ja und Elon Musk baut dann halt die Raketen die zum Mars bauen und der andere ist halt ein Tischler oder so der da jetzt vielleicht nicht so viel von Rocket Science versteht aber trotzdem dieses haptische versteht ja und dann extrem gute Tische baut und sich da voll drin ausleben kann und das ist beides für einen Rant gleichgestellt ja ist es egal ob der eine hier was weiß ich den Combustion Engine erfüllt oder für oder halt einen tollen Tisch baut oder so sondern wichtig ist dass die Leute halt ihr vollstes Potential ausleben und also für die ethische Relevanz ja okay das heißt also nur dass ja also falls du jetzt ein dümmerer Mensch bist und ich bezweifle das weil sonst würdest du diesen Podcast nicht hören aber das ist überhaupt nichts schlechtes gewisse Sachen nicht zu können ja also ich zum Beispiel ich kann das auch nicht mit den Rockets rein das ist auch nicht schlimm ja ich kann zum Beispiel hier so ein Podcast machen und mich damit produktiv ausleben oder programmieren lernen ja solche Geschichten die Tugend des Stolzes ist die Anerkennung der Tatsache dass der Mensch die charakter charakterlichen Werte die sein Leben erhaltenswert machen ebenso schaffen muss wie die physischen Werte die er zum Erhalt seines Lebens benötigt dass der Mensch seine Seele ebenso wie seinen Reichtum aus eigener Kraft erschaffen muss die Tugend des Stolzes kann am besten mit dem Begriff moralischer Ehrgeiz beschrieben werden die sie bedeutet dass man sich das Recht verdienen muss sich selbst durch Erreichen der eigenen moralischen Vollkommenheit als höchsten Wert anzusehen was man dadurch erreicht dass man nie einen Kodex irrationaler Werte annimmt der unmöglich zu praktizieren ist und man es niemals unterlassen darf die Werte zu praktizieren die man als rational erkannt hat dass man niemals seine unverdiente Schuld annehmen oder eine verdienen oder eine verdienen sollte oder wenn man sie verdient hat sich niemals unberechtigt sie niemals unberechtigt lässt dass man sie sich nie passiv seinen Charakterfehlern hingibt dass man niemals eine Sache einen Wunsch eine Angst oder eine augenblickliche Laune über die Wirklichkeit der eigenen Selbstachtung stellt und vor allem bedeutet die Zurückweisung der Rolle eines Opfertieres die Zurückweisung jeder Lehre die Selbstopferung als moralische Tugend oder Pflicht predigt Also es Also es gibt ja diesen Todes Kult des Klimasozialismus wo wir den Menschen als Parasiten sehen der die Erde ausbeutet und so weiter und so fort und das zeugt ja schon von einem sehr schlechten Selbstbild also Leute die sich selber als Parasiten sehen die haben glaube ich nicht sehr viel Selbstachtung und die folgen dann halt so Todeskult und dann heißt das ja wir kriegen keine Kinder für das Klima und am besten nehme ich jetzt ein bisschen Zyankali hier damit ich nicht weiter die Erde mit meinem ausatmenden vergifte und so weiter und so fort ja das ist genau die Hölle vor der ein Rant uns warnt wenn wir eben unseren Stolz nicht anerkennen wenn wir uns nicht trauen Stolz zu Beispiel auch ein Thema was in Atlas Shrugt immer wieder vorkommt wir haben da zum Beispiel den Charakter von Hank Reardon Hank Reardon ist eigentlich so ein kleiner Elon Musk der Stahl produziert Metall produziert und er hat da jetzt Jahrzehnte oder zehn Jahre lang an einer neuen Legierung geforscht die leichter ist als Stahl aber trotzdem stabiler ist als Stahl und so weiter und so fort und er erfolgreich weil er ein großer Kapitalist ist aber sein Umfeld ja seine Familie seine Frau seine Mutter sein Bruder sind alles Leute die ihn dafür verachten für den Erfolg den er hat in der Welt verachten sie ihn und Hank Reardon hat nicht diesen moralischen Wertkodex zumindest nicht am Anfang um das zurückzuweisen der lässt sich dann noch diese Schuld einreden und sagt ja so ein bisschen Bill Gates Syndrom ah ja ich bin so reich das ist ja völlig unverdient jetzt muss ich erstmal hier eine Hilfsorganisation gründen und der dritten Welt helfen ja wo hingegen ein Rant sagen würde scheiß auf die Leute die sagen dass du ein schlechter Mensch dafür bist dass du so reich bist du hast es geschafft dass Millionen von Leute Computer benutzen dürfen oder können dass Millionen von Leuten produktiver in ihrer Arbeit sein können und du sollst verdammt noch mal stolz darauf sein und dich nicht noch schuldig dafür fühlen dass du anderen Leuten hier eigentlich das Leben erleichterst also das ist die Tugend des Stolzes das gesellschaftliche Grundprinzip der objektivistischen Ethik lautet dass so wie das Leben ein Selbstzweck ist jeder lebende Mensch ein Selbstzweck und nicht das Mittel für die Zwecke oder die Wohlergehen anderer ist es bedeutet somit dass der Mensch um seiner selbst willen leben muss und weder sich selbst für andere noch andere für sich opfert um seiner selbst willen leben um seiner selbst willen leben bedeutet dass das eigene Glück der höchste moralische Zweck des Menschen ist das hatte ich ja auch schon in der letzten Folge über einen Rant selber vorgelesen dieses Zitat ich schwöre bei meinem Leben und meiner Liebe für mein Leben dass ich mein Leben niemals für einen anderen Menschen leben werde noch einen anderen Menschen bitten werde das gleiche für mich zu tun das ist das was es bedeutet sich selber als Selbstzweck zu haben diese drei Tugenden Rationalität Produktivität und Stolz integriert zu haben dass ich mich eben nicht für andere Leute schlachten lasse und dass ich mein eigenes Glück als höchstes Ziel verfolge in psychologischer Hinsicht wird das Bewusstsein mit der Frage des Überlebens nicht in Form von Leben oder Tod konfrontiert sondern in Form von Freude oder Leid Freude ist der Zustand erfolgreichen Lebens Leid ist das Warnsignal des Scheiterns und des Todes So wie der Freude Schmerz Mechanismus des Körpers ein automatischer Indikator des Wohles oder des Schmerzes ist ein Barometer der grundlegenden Alternative von Leben oder Tod so ist der emotionale Mechanismus des Bewusstseins darauf geeicht dieselbe Funktion auszuführen wie ein Barometer das die gleiche Alternative mittels Zweiergefühle registriert Freude oder Leid Gefühle sind die automatischen Resultate der vom Unterbewusstsein integrierten Werteurteile des Menschen Gefühle sind Einschätzungen dessen was die Werte des Menschen fördert oder bedroht was für oder gegen ihn ist Blitzrechner die ihm die Summe seines Gewinns oder Verlustes ausgeben also was ich hier in dieser Passage ganz interessant finde ist dieses Zitat Gefühle sind die automatischen Resultate der vom Unterbewusstsein integrierten Werteurteile des Menschen also das heißt so sieht das ein Rant zumindest wenn ich ein Gefühl habe dann resultiert dieses Gefühl aus den Werturteilen in meinem Unterbewusstsein und da gibt es zum Beispiel das Beispiel was sie selber gemacht hat warum weinen manche Leute vor Glück und ihre Hypothese oder ihre Antwort darauf war diese Leute die jetzt zum Beispiel bei einer Hochzeit heiraten halten eigentlich unterbewusst Werteurteile dass das Universum schlecht ist dass das Universum was Böses ist dass das Universum uns tot sehen will und daraus resultiert jetzt eigentlich wenn wir dann so glückliche Zustände haben wie jetzt eine Hochzeit zum Beispiel es gibt im Englischen diesen Begriff tears at a wedding die Mutter weint weil die Tochter heiratet und sie sieht so wunderschön in ihrem Brautkleid aus dann meint ein Rand jetzt zumindest die Mutter hält insgeheim eigentlich die das Werteurteil dass das Universum malevolent ist also vielleicht habt ihr den Film malevolent gesehen das ist eigentlich so Bösartigkeit das Universum ist uns böse gesonnen und wenn wir dann also sowas schönes sehen dann widerspricht das eigentlich unserer Realität gut ich weiß jetzt nicht ob ich das fachgerecht wiedergegeben habe aber das fand ich so interessant eben dass sie ein Rand sieht Gefühle also als Resultat von insgeheim gehaltenen Werten doch während der auf dem physischen Schmerz Freude Schmerz Mechanismus operierende Wertemaßstab des Menschen automatisch und angeboren und durch die Natur seines Körpers bestimmt ist ist es den emotionalen Mechanismus leitende Wertemaßstab nicht da der Mensch kein automatisches Wissen besitzt kann er keine automatischen Werte haben da er keine angeborenen Ideen hat kann er keine angeborenen Werteurteile haben also auch wieder ein starker Kontrast zu Platon Platon würde jetzt sagen ja wir Menschen werden eigentlich wir schweben vor der Geburt in dieser idealen Welt wo der magische Tisch an uns vorbeifliegt und dem magische Kaffee unter Tasse und so weiter und bei der Geburt vergessen wir das dann halt alles ja und wir müssen dann über die Kindheit hinweg uns dieses Wissen was wir eigentlich schon alles hatten wieder neu aneignen da ist ein Red 100% auf der anderen Seite die sagt wir haben keine angeborenen Ideen wir haben kein angeborenes Wissen keine angeborenen Werteurteile wir müssen das alles erlernen und das wird jetzt eben wichtig wenn es um die Emotionen geht der Mensch wird sowohl mit einem emotionalen als auch mit einem kognitiven Mechanismus geboren doch sind beide bei der Geburt Tabula Rasa jetzt muss ich kurz nachgucken was Tabula Rasa heißt also Wikipedia unser Freund und Helfer Tabula Rasa is the theory that individuals are born without built in mental content and therefore all knowledge comes from experience or perception also Tabula Rasa heißt jetzt also wir werden ohne Wissen geboren ohne bestehenden mentalen Inhalt das Erkenntnisvermögen des Menschen sein Geist bestimmt den Inhalt beider also sowohl den kognitiven als auch den emotionalen Mechanismus der emotionale Mechanismus des Menschen ist wie ein Computer der den der Verstand programmieren muss und das Programm besteht aus den Werten die sein Geist wählt aber da die Arbeit des Geistes nicht automatisch ist sind die Werte des Menschen wie all seine Prämissen entweder das Produkt seines Denkens oder seiner Unterlassung der Mensch wählt seine Werte durch einen bewussten Denkprozess oder akzeptiert sie durch dessen Unterlassung durch unterbewusste Assoziationen durch Glaube durch jemandes Autorität durch eine Form gesellschaftlicher Osmose oder blinder Imitation Die Gefühle eines Menschen werden durch seine Prämissen produziert seien sie nun bewusst oder unbewusst explizit oder implizit also die Gefühle des Menschen werden durch seine Prämissen produziert und diese Prämissen bekommen wir jetzt ja nicht die richtigen automatisch sondern wir müssen jetzt entweder uns anstrengen und denken und das selber integrieren oder wir folgen halt der Religion die bei uns im Ort ist oder Bernie Sanders sagt halt was ja das ist die Autorität oder gesellschaftliche Osmose also ich bewege mich an einer Universität wo halt alle links sind und dann ja werde ich auch langsam links oder ich mache einfach alle Leute nach die so um mich rum sind okay und das führt dann letztendlich dazu dass wir unseren Geist programmieren beziehungsweise der ähm ja der emotionale Mechanismus ist wie ein Computer der den Verstand programmieren muss und das Programm besteht aus den Werten die sein Geist wählt genau und diese Werte können wir uns entweder jetzt aktiv selber aneignen durchdenken oder eben ähm von anderen erben die Fähigkeit zu fühlen dass etwas gut oder böse für ihn ist unterliegt nicht der Entscheidungsfreiheit des Menschen doch was er für gut oder böse halten wird was ihm Freude oder Schmerz geben wird was er lieben oder hassen begehren oder fürchten wird hängt von seinem Wertemaßstab ab wenn er irrationale Werte wählt verwandelt er seinen emotionalen Mechanismus von einem Beschützer zu seinem Zerstörer das Irrationale ist das Unmögliche es widerspricht den Tatsachen der Realität Tatsachen können nicht durch einen Wunsch verändert werden doch sie können den Wünschenden zerstören wenn ein Mensch Widersprüche wünscht und verfolgt wenn er seinen Kuchen behalten will und ihn gleichzeitig essen will löst er sein Bewusstsein auf er verwandelt sein Innenleben zu einem Bürgerkrieg blinder Mächte die in dunklen unzusammenhängenden sinnlosen Konflikten verstrickt sind was heute bezeichnenderweise der innere Zustand der meisten Menschen ist und das ist ja immer noch so also wenn ich das lese muss ich unmittelbar an den Status Quo denken an diesen ganzen Bullshit den wir die ganze Zeit mitbekommen in den Mainstream Medien mit dem Gender Wahn in den Leuten herrscht ja auch ein blinder Konflikt oder ein Bürgerkrieg blinder Mächte die wissen selber nicht was mit ihnen passiert die imitieren einfach die anderen Leute ja durch Osmose kriegen sie im Kindergarten beigebracht ja es gibt mehr als zwei Geschlechter oder in der Universität bekommen sie das eindoktriniert dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt und ja eins was ich hervorheben will hier ist das Zitat wer seinen Kuchen behalten und ihn gleichzeitig essen will ja also ich habe einen leckeren Kuchen vor mir stehen der so lecker ist oder so lecker aussieht dass ich ihn unbedingt essen will aber auf der anderen Seite sieht der auch so toll aus dass ich ihn behalten will und jetzt ich kann ihn nicht gleichzeitig essen und behalten weil wenn ich ihn esse dann habe ich ihn gegessen wenn ich ihn behalte dann habe ich ihn nicht gegessen das ist ein logischer Widerspruch und beides zu wünschen zerstört mich und wenn wir uns heute mal die Welt anschauen wir wollen eine gerechte Gesellschaft aber wir wollen auch den Wohlfahrtsstaat wir wollen in Wohlstand leben wir wollen dass der Lebensstandard steigt aber wir wollen auch die produktiven Leute in der Gesellschaft besteuern das sind alles so Widersprüche die einfach nicht funktionieren können wir wollen Frieden haben und senden Panzer in den Nahen Osten das ist so es funktioniert halt nicht beides und dadurch dass man sich beides wünscht zerstört man sich selber man macht sich den eigenen Mechanismus der emotionale Mechanismus der normalerweise dafür da ist mich zu warnen mich zu schützen den mache ich zu meinem Zerstörer okay kommen wir zum Glück Glück ist der Bewusstseinszustand der aus der Erlangung der eigenen Werte folgt wenn ein Mensch produktive Arbeit wertschätzt in sein Glück er ist sein Glück der Maßstab seines Erfolges im Dienste seines Lebens aber wenn ein Mensch Zerstörung wertschätzt wie ein Sadist oder Selbstzerstörung wie ein Masochist oder Leben jenseits des Grabes wie ein Mystiker oder sinnlose Kicks wie der Fahrer eines Rennwagens so ist sein angebliches Glück der Wertemaßstab seines Erfolges im Dienste der eigenen Zerstörung ergänzend muss hier gesagt werden dass man den emotionalen Zustand all dieser Irrationalisten nicht wirklich als Glück oder Freude ansehen kann es ist bloß ein Moment der Erleichterung von ihrem chronischen Angst Zustand also normalerweise ist Glück etwas wenn ich mein Leben lebe und das erfolgreich tue wenn mein Wissen die Werte die ich halte tatsächlich zu meinem Überleben führe dann verspüre ich Glück und das darf man jetzt halt nicht verwechseln wie mit dem Masochisten der sagt bitte schneid mir die Hand ab oder so weil der Schmerz der tut so gut weil dieser Moment des Glückes ist vielmehr ein Moment der Erleichterung vom chronischen Angstzustand ok weder Leben noch Glück können durch das Streben nach irrationalen Launen erlangt werden genau wie es dem Menschen freigestellt ist durch zufällige Mittel überleben zu wollen sei es als Schmarotzer als Schnorrer oder als Räuber es ihm aber nicht freigestellt ist damit über die Dauer des Augenblickes Erfolg zu haben genauso ist es ihm freigestellt sein Glück in irrationalen Betrügereien in Launen Trugschlüssen oder hirnlosen Ausflüchten vor der Wirklichkeit zu suchen aber nicht freigestellt damit über die Dauer des Augenblicks hinaus Erfolg zu haben oder den Konsequenzen zu entkommen ich zitiere aus Gals Rede Zitat Glück ist widerspruchsfreie Freude Freude ohne Schuld und Reue Freude die nicht unvereinbar ist mit euren Werten und die nicht eurer Zerstörung dient Glück ist nur möglich für einen rationalen Menschen einen Menschen der nur rationale Ziele erstrebt nur rationale Werte sucht und seine Freude nur in rationalem Handel findet Zitat Ende also den Money Quote finde ich aus dieser Rede gleich am Anfang hier Glück ist widerspruchsfreie Freude also Freude die mich tatsächlich nach vorne bringt jetzt ohne dass ich mir die Hand abgeschnitten habe und dann wahrscheinlich auf die Dauer verbluten würde oder halt keine Ahnung nicht mehr das Messer halten kann beim Essen genau das wäre Glück nach John Gord die Aufrechterhaltung des Lebens und das Streben nach Glück sind nicht zwei separate Bereiche das eigene Leben als höchsten Wert und das eigene Glück als höchsten Zweck anzusehen sind zwei Aspekte der gleichen Leistung existenziell gesehen ist das Streben nach rationalen Zielen die Aufrechterhaltung des eigenen Lebens psychologisch gesehen ist das Resultat die Belohnung und seine Begleiterscheinung ein Zustand des Glücks durch das Empfinden von Glück lebt man sein Leben in jeder Stunde jedem Jahr der gesamten Lebensspanne und wenn man den Zustand des reinen Glücks erfährt der ein Selbstzweck ist der Zustand der einen denken lässt dafür lohnt es sich zu leben dann begrüßt und bejaht man emotional die metaphysische Tatsache dass das Leben ein Selbstzweck ist also stellt euch vor ihr seid jetzt gerade auf den Himalaya geklettert Mount Everest Entschuldigung und ihr blickt da über das Gebirge und ihr sagt euch jetzt dafür hat es sich gelohnt nach oben zu klettern so ein bisschen ist das wie wenn ihr irgendwas besonderes geleistet habt und jetzt so feststellt dafür hat es sich gelohnt ja auch diese Rückschläge die man teilweise hat ich kenne das jetzt also für mich ist ist das vor allem beim Programmieren so weil beim Programmieren ist halt entweder so eins also entweder null oder eins ja das ist binär entweder das Programm funktioniert so wie ich es will oder es funktioniert eben nicht so wie ich es will und oftmals wenn ich jetzt halt überlege okay wie kann ich dann was automatisieren hier dann funktioniert es beim ersten Mal nicht und dann muss ich auf Stack Exchange nachschauen und mir irgendwelche Foreneinträge durchlesen vielleicht eine neue Funktion lernen und so weiter und das ist natürlich anstrengend ja das ist nervend aufreiben man hat es dann noch nicht geschafft und so weiter aber wenn es dann funktioniert dann habe ich so dieses Gefühl ja dafür hat es sich gelohnt ja ich habe jetzt zum Beispiel ein Programm was mir automatisch meine ein Unterverzeichnis nach Dateiendungen sortiert oder so und gleich ist es halt auch mit dem Leben beziehungsweise mit dem Glück okay aber die Beziehung von Ursache und Wirkung kann nicht umgekehrt werden nur wenn man menschliches Leben als Grundsatz vertritt und nach dem rationalen äh und nach den rationalen Werten strebt die dafür nötig sind kann man Glück erreichen nicht wenn man Glück als unverdienten unreduzierbaren Grundsatz vertritt und dann versucht nach dessen Führung zu leben wenn wenn du das erreichst was nach einem rationalen Wertemaßstab gut ist wird es dich zwangsläufig glücklich machen aber das was dich nach einem undefinierten emotionalen Maßstab glücklich macht ist nicht zwangsläufig das Gute wenn man das was dich glücklich macht als Handlungsanleitung hat bedeutet das nur dass die eigenen emotionalen Launen nur durch die eigenen emotionalen Launen geleitet zu werden Gefühle sind keine Werkzeuge der Wahrnehmung von Launen geleitet zu werden von Wünschen deren Ursprung Wesen und Bedeutung man nicht kennt bedeutet sich zu einem blinden Roboter zu machen der von unerkennbaren Dämonen den eigenen Ausflüchten betrieben wird zu einem Roboter der mit seinem Kopf durch die Wand will die er sich zu sehen weigert hier muss ich an warte ich hatte gerade was im Kopf ah genau ich musste an Jordan Peterson wieder denken in seinem Buch 12 Rules for Life vielleicht hat das der ein oder andere von euch gelesen hat er eine Regel und zwar diese Regel lautet ich umschreibe das jetzt sinngemäß so tu das was Bedeutung hat und nicht das was einfach ist ich glaube die Regel heißt auf Englisch do what is meaningful not what is expedient also wenn ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit habe Netflix zu gucken das wäre das einfache oder einen Podcast über einen Rant aufzunehmen dann würde Jordan Peterson jetzt sagen tu das tu den Podcast aufnehmen weil das hat eine Bedeutung und das ist nicht das einfache ja nicht den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen sondern tatsächlich wissen wo man hin will und wenn man das dann auch tatsächlich macht beziehungsweise die andere Sache wo ich noch dran denken musste war an diese wie heißt das Trophy Society oder also so Trostpreis Gesellschaft wir lassen unsere Kinder gegeneinander Fußball spielen aber obwohl dann Tore geschossen werden und so weiter zählen wir nicht mit am Ende des Spiels wird abgepfiffen und alle sind der Gewinner ja das ist so wir wollen das Glück über die über die ja über die wir wollen die Ursache oder wir wollen die Wirkung über die Ursache stellen ja also die Ursache wäre ich hätte gewonnen und die Wirkung wäre ich hätte ich empfinde dein Glück ja und wir wollen ja alle Leute sollen sich gut fühlen und so weiter das sind deswegen sind alle Gewinner und letztendlich resultiert das dann darin dass man ja gegen die Realität rebelliert und man das Glück auch gar nicht wirklich hat ja also ich glaube zumindest wenn ich Joe Rogan Podcasts höre der erzählt manchmal auch so Geschichten von seinen Töchtern die Kinder zählen alle selber mit ja also selbst wenn du als Erwachsener daneben stehst und dann dein Kind anfeuerst ja bitte schieß oder muss ja nicht mal sagen schieß noch ein Tor sondern ja die Kinder haben 12-0 gewonnen alle Kinder auf dem Platz wissen dass sie 12-0 gewonnen oder verloren haben und dann kommst du als Elternteil vom Verlierer Kind dahin und sagst ja du bist ein Gewinner und so weiter und so fort das ist so ja das zerstört unsere menschlichen Mechanismen ja das ist doch dann kein Wunder dass die dass die Kinder sich nach wirklichem Glück sehnen weil sie tatsächlich herausgefordert werden wollen die wollen tatsächlich was leisten aber es wird ihnen nicht gegönnt ja also man muss halt eben auch mal strugglen und deswegen mag ich programmieren wie gesagt so schön weil mein Computer sagt nicht so nachdem ich was weiß dass ich da 100 Zeilen Code hingerotzt hab so yeah du bist ein Gewinner und ich mach jetzt genau das was du eigentlich von mir wolltest sondern der sagt dann halt ja Syntax Error hier Doppelpunkt vergessen nach einem If Statement oder so und ich mach jetzt hier nicht weiter ja der ist ganz knallhart ihm ist das scheißegal wie ich mich dabei fühle und so sollte das natürlich auch sein weil nur wenn ich dieses diesen Pushback bekomme und dann trotzdem weitermache und es dann letztendlich hinbekommen nur dann habe ich dieses Gefühl tatsächlich auch was erreicht zu haben ja nur wenn ich was weiß ich viermal bei den Bundesjugendspielen der schlechteste im Werfen war und dann auf einmal mich hingesetzt habe und den ganzen Sommer trainiert habe um dann der einer der Besten zu sein nur dann hat das auch tatsächlich eine Bedeutung weil ich weiß was es heißt zu versagen deswegen nicht die Wirkung über die Ursache stellen dies ist der Trugschluss im Hedonismus in jeder Variante des ethischen Hedonismus sei er persönlich oder gesellschaftlich individuell oder kollektiv Glück kann nur der Zweck der Ethik sein aber nicht der Maßstab die Aufgabe der Ethik besteht darin den richtigen Wertekanon des Menschen zu definieren und ihm somit die Mittel in die Hand zu geben Glück zu erreichen Die Aussage der hedonistischen Ethik Zitat Der richtige Wert ist das was immer dir Freude bereitet Zitat Ende ist identisch mit Der richtige Wert ist immer was dir beliebt Ein Akt intellektueller und philosophischer Abdankung ist der bloß die Überflüssigkeit der Ethik proklamiert und alle Menschen einlädt die Sau rauszulassen Also das ist auch so eine Sache die wir im Utilitarismus immer wieder finden das kollektive Glück der Gesellschaft das wollen wir maximieren und das ist dann halt immer so was halt immer dir beliebt was immer dir Freude bereitet das ist der Maßstab und wenn dir Freude bereitet Genozid zu betreiben dann ist das halt so also wir merken uns das finde ich die Money Quote hier Glück kann nur der Zweck der Ethik sein aber nicht der Maßstab die Philosophen die versuchten einen angeblich rationalen Moralkodex zu definieren ließen dem Menschen nur eine Wahl zwischen Launen das egoistische Streben nach den eigenen Launen wie die Ethik Nietzsches oder selbstloser Dienst an den Launen anderer wie die Ethik von Bantam Mill kommt und allen gesellschaftlichen Hedonisten ob sie den Menschen nun erlauben seine eigenen Launen denen Millionen anderer anzuschließen oder ihm anriet sich in einen völlig selbstlosen Schmoh zu verwandeln der gerne von anderen gefressen werden möchte Anmerkung des Übersetzers Ein Schmoh ist eine Comicfigur des Zeichners Al Capp die er 1948 für seine tägliche Zeitungscomic Lil Abner erfunden hat Es handelt sich um ein kleines kügelähnliches Wesen die köstlich schmecken und so wild darauf sind gegessen zu werden dass sie bereitwillig in den nächstbeste Pfanne springen Okay interessant Also sei kein Schmoh Wenn man einen Wunsch ungeachtet seiner Natur oder seiner Ursache als ethischen Grundsatz und die Befriedigung jedweder Wünsche als ethisches Ziel akzeptiert wie etwa das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl also Utilitarismus gibt es für Menschen keine andere Wahl als einander zu hassen zu fürchten und zu bekämpfen weil ihre Wünsche und Interessen zwangsläufig kollidieren Also der Wunsch des einen ist vielleicht die Verachtung des anderen und dann kommt das zu einem Konflikt und das ist natürlich die Frage wessen Wunsch dominiert Wenn Wunsch der ethische Maßstab ist ist der Wunsch des einen zu produzieren und der Wunsch eines anderen ihn auszurauben von gleicher ethischer Gültigkeit Dann ist der Wunsch des einen frei zu sein und der Wunsch eines anderen ihn zu versklaven von gleicher ethischer Gültigkeit Ebenso der Wunsch des einen für seine Tugend geliebt und bewundert zu werden und der Wunsch eines anderen nach unverdienter Liebe und unverdienter Bewunderung Und falls die Nichterfüllung irgendeines Wunsches ein Opfer darstellt dann wird ein Mann der ein Auto besitzt und dessen Braub wird geopfert genauso wie der Mann der ein Auto will oder er strebt das der Eigentümer ihm nicht geben will oder diese beiden Opfer haben dann den gleichen ethischen Status wenn dem so ist dann zerstören oder zerstört äh dann hat der Mensch nur die Wahl zu rauben oder zu beraubt zu werden zu zerstören oder zerstört zu werden anderen seine Wünsche zu opfern oder sich selbst den Wünschen anderer zu opfern dann besteht die einzige Alternative für den Menschen darin ein Sadist oder Masochist zu sein also ganz 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 wichtig wir können ja das leitet sich jetzt alles daraus ab wenn wir das Glück zum Maßstab und nicht zum Zweck erklären dann ist das alles nur auf Wunsch ja das englische Wort dafür wäre Wim also ja so wie mir halt gerade die Laune steht ja dann beneide ich dich um deine schicke Karre und möchte dich darüber berauben oder dafür berauben und du willst deine Karre behalten ja das sind die eingesessene Akademie weiß zu machen und dann ist es halt so ja gut der Bill Gates der muss halt seiner Milliarden erleichtert werden und das ist genauso legitim wie ein anderer Mensch der sich aus eigener Kraft um Milliarden verdienen will Der moralische Kannibalismus aller hedonistischen und altruistischen Lehren liegt in der Prämisse dass das Glück des einen das Leid des anderen bedingt also das ist ein Trugschluss den wir sofort erkennen müssen das Glück des einen heißt eben nicht das Leid des anderen sondern wir können alle für unser eigenes Glück arbeiten und das ist die Tugend des Egoismus dass wir uns aus eigener Kraft aufschwingen anstatt uns an anderen hoch zu ziehen oder andere runter zu ziehen heute halten die meisten Menschen diese Prämisse für etwas absolutes das nicht hinterfragt werden darf und wenn man vom Recht des Menschen spricht nur für sich selbst nur für sein eigenes rationales Selbstinteresse zu leben nehmen die meisten Leute automatisch an dass dieser von seinem Recht spreche andere zu opfern solch eine Annahme ist ein Bekenntnis ihres eigenen Glaubens dass es im Eigeninteresse eines Menschen läge andere zu verletzen zu versklaven auszurauben oder zu ermorden weshalb man diesem Eigeninteresse selbstlos entsagen müsse auf auf die auf die auf die Idee dass dem Selbstinteresse des Menschen nur durch eine Beziehung ohne Opfer gedient werden kann sind diese humanitären Apostel der Uneigennützigkeit die behaupten die Brüderlichkeit aller Menschen sei ihre Absicht nie gekommen und weder sie noch irgendjemand wird darauf kommen solange der Begriff rational aus dem Kontext von Werten Wünschen Selbstinteresse und Ethik ausgelassen wird Also Ayn Rand sagt ganz klar es ist nicht dein eigenes Interesse andere Leute zu opfern ja das ist nicht das was sie mit Eigeninteresse meint und jemand wie ein was weiß ich ein großer Räuber ein Danny Ocean oder so der andere Leute berauben will handelt nicht in seinem eigenen Interesse sondern er handelt dann in seinem eigenen Interesse wenn er aus eigener Motivation daraus arbeitet wenn er das ökonomische Mittel wie Rothbard es formulieren würde benutzt und eben durch freiwillige Interaktion und Kooperation mit anderen Menschen das erreicht also die objektivistische Ethik vertritt stolz den rationalen Egoismus was bedeutet die Werte die für das menschliche Überleben als Mensch erforderlich sind nicht die Werte die von den Sehnsüchten Gefühlen Wünschen oder Bedürfnissen irrationaler Wilder produziert werden die nie über die urzeitliche Praxis von Menschenopfern hinausgewachsen sind nie eine Industriegesellschaft entdeckt haben und sich kein anderes Eigeninteresse vorstellen können als sich alles zu greifen was gerade nicht nied und nagelfest ist also wenn jemand sagt Eigeninteresse heißt eigentlich dass ich die anderen Leute opfer dann sagt dieser Mensch dir sehr viel über die eigenen Werte Vorstellung was er selber von der Welt denkt und das ist dann halt ein Fressen oder Gefressen werden was nicht das ist was die objektivistische Ethik vertritt die objektivistische Ethik besagt dass das menschliche Wohl keine Menschenopfer erfordert und nicht dadurch erreicht werden kann dass irgendjemand geopfert wird sie besagt dass die rationalen Interessen der Menschen nicht kollidieren dass es keinen Interessen Konflikt zwischen Menschen gibt die nicht das unverdiente suchen die weder Opfer bringen noch annehmen die noch annehmen die miteinander als Händler umgehen und Werte austauschen das ökonomische Mittel das Prinzip des Handels ist das einzige rationale moralische Prinzip für alle menschlichen Beziehungen ob nun persönlich oder gesellschaftlich privat oder öffentlich geistig oder materiell es ist das Prinzip der Gerechtigkeit und das war ja auch bei Rothbard so fundamental ein Libertärer in Rothbards Augen ist motiviert durch die Gerechtigkeit dass wir Eigentumsrechte haben natürliche Eigentumsrechte die Kraft unserer Natur des Menschseins gegeben sind und dass wir eben diese Eigentumsrechte achten und hochhalten wollen und wenn jetzt der Freitag dem Robinson seinen Fisch mit Gewalt entwendet dann ist das ungerecht und natürlich auch kein Handel das wäre das politische Mittel das Mittel das der Staat tagtäglich benutzt um sich selber zu erhalten und seinen Macht Einfluss zu erweitern ein Händler ist ein Mensch der verdient was er bekommt und das Unverdiente weder gibt noch annimmt er behandelt Menschen nicht als Herren oder Sklaven sondern als unabhängige ehrenbürtige Entitäten er handelt mit Menschen durch freien freiwilligen ungezwungenen Austausch ein Austausch der beiden Parteien nach ihrem unabhängigen Urteil Nutzen bringt ein Händler erwartet nicht für seinen Fehler sondern für seine Leistung bezahlt zu werden er lädt anderen nicht die Last seiner Fehler auf und er verpfändet sein Leben nicht dadurch dass er sich an die Fehler anderer bindet also jemand der Brezeln verkauft ein Bäcker der Brezeln verkauft beruft sich auf das was er verfehlt beziehungsweise ich finde das hier so interessant dass Ein Rant eben nicht diesen Begriff des ökonomischen Mittels verwendet ja und hier kommt wieder das Wort Begriff ja wir also und das finde ich bei Rothbard so schön Rothbard schafft es diese ja wie es ist kein Gefühl sondern diese Erkenntnisse des Menschseins in Begriffe zu fassen in Begriffe zum Beispiel wie das ökonomische Mittel und das politische Mittel dass es uns hilft bestimmte Interaktionen zwischen Menschen eben auf einer abstrakteren Ebene zu betrachten ja und dann kann ich halt beurteilen ah okay jetzt kam hier Müller zum Meier und die haben freiwillig miteinander getauscht wir abstrahieren das das ist das ökonomische Mittel und wenn Freitag den Robinson niederknüppelt dann ist das das okay im geistigen Bereich mit geistig meine ich das menschliche Bewusstsein betreffend sieht das Medium oder die Währung anders aus aber das Prinzip ist dasselbe ja das hatten wir auch schon in der letzten Folge in Beziehungen gibt es auch eine Währung aber diese Währung ist nicht materiell Liebe Freundschaft Respekt und Bewunderung sind die emotionalen Antworten eines Menschen auf die Tugenden eines anderen die geistige Bezahlung im Austausch für die persönliche eigennützige Freude die ein Mensch aus den charakterlichen Tugenden eines anderen zieht nur ein Untier oder ein Altruist würde behaupten dass die Wertschätzung der Tugend einer Person ein Akt der Selbstlosigkeit ist dass es in Bezug auf das eigene egoistische Interesse keinen Unterschied macht ob es mit einem Genie oder einem Idioten zu tun hat ob man sich mit einem Vorbild oder einem Nichtsnutz abgibt ob man eine ideale Frau oder eine Schlampe heiratet im geistigen Bereich ist ein Händler ein Mensch der nicht danach strebt für seine Schwächen oder seine Fehler geliebt zu werden sondern nur für seine Tugenden und der seine Liebe nicht den Schwächen oder Fehler anderer zuteil werden lässt sondern nur ihren Tugenden Lieben heißt schätzen nur ein rational egoistischer Mensch ein Mensch mit Selbstachtung ist zu Liebe fähig weil er der einzige Mensch ist der feste beständige kompromisslose unverfälschte Werte vertreten kann wer sich selbst nicht schätzt kann nichts und niemanden schätzen ich glaube das ist auch ein Justin Bieber Song You should go and love yourself und das ist ja so man kann andere Leute nicht lieben wenn man sich selber verachtet die Liebe fängt damit an sich selbst zu achten und sich selbst zu lieben nur auf der Basis des rationalen Egoismus auf der Basis der Gerechtigkeit können Menschen in einer freien friedlichen wohlhabenden wohlwollenden und rationalen Gesellschaft zusammenleben kann der Mensch aus dem Leben in einer menschlichen Gesellschaft persönlichen Nutzen ziehen ja falls es eine humane Gesellschaft ist die zwei große Werte die man aus dem Leben einer Gesellschaft ziehen kann sind Wissen und Handel der Mensch ist die einzige Spezies die ihren Vorrat an Wissen von einer Generation zur nächsten übermittelt und erweitern kann das Wissen das dem Menschen potenziell zur Verfügung steht ist größer als das Wissen das ein Einzelner in seinem Leben je erwerben könnte jeder Mensch zieht einen unermesslichen Nutzen aus dem Wissen das andere entdeckt haben der zweite große Nutzen ist die Arbeitsteilung sie ermöglicht es dem Menschen seine Anstrebungen einem bestimmten Arbeitsbereich zu widmen und mit anderen zu tauschen die sich auf andere Bereiche spezialisieren diese Form der Kooperation erlaubt es den Menschen die daran teilhaben größeres Wissen größere Fähigkeiten und einen größeren produktiven Ertrag aus ihren Anstrengungen zu bekommen als wenn jeder von ihnen alles was er braucht selbst zu produzieren hätte sei es auf einer einsamen Insel oder einer selbstversorgenden Farm also das hier gehen wir so ein bisschen in die Ökonomie rein auch wieder was wir aus der Ethik der Freiheit schon kennen dass man einfach mit dem komparativen Vorteil ich kann besser Physik als meine Sekretärin und ich könnte tatsächlich auch besser was weiß ich Briefe schreiben als meine Sekretärin aber der vergleichbare Vorteil ist trotzdem dass ich mich dann auf die Physik spezialisiere und meine Sekretärin spezialisiert sich auf Briefe tippen und so kann ich der der höheren Herausforderung sozusagen nachgehen und trotzdem noch das Beste aus beiden Welten bekommen und sowohl die Sekretärin bekommt das Bessere aus beiden Welten als wenn der Physiker alles machen würde und so weiter und so fort eben als auch der Physiker okay und das ist jetzt ja wir ziehen einen Nutzen aus der Gesellschaft beziehungsweise aus einer humanen Gesellschaft einmal ist das natürlich das Wissen ja ich habe jetzt nicht erfunden wie man Audio aufzeichnet sondern ich basiere das auf dem Wissen von anderen Menschen die vor mir gekommen sind und kann darauf aufbauen und das andere ist eben die Arbeitsteilung ja ihr geht euren Arbeiten nach ich gehe meiner Arbeit nach und wir können trotzdem voneinander profitieren doch genau diese Vorteile zeigen begrenzen und definieren welche Menschen füreinander von Wert sind und in welcher Art von Gesellschaft nur rationale produktive und unabhängige Menschen in einer rationalen produktiven freien Gesellschaft Schmarotzer Schnorrer Räuber Untiere und Gangster können für einen Menschen nicht von Vorteil sein wie er auch keinen Vorteil aus dem Leben in einer Gesellschaft ziehen kann die nach deren Bedürfnissen deren Forderungen und zu deren Schutz aufgebaut ist eine Gesellschaft die ihn als Opfertier behandelt ihn für seine Tugenden bestraft und sie für deren Laster belohnt was bedeutet eine Gesellschaft basierend auf der Ethik des Altruismus keine Gesellschaft kann für das Leben des Menschen von Wert sein wenn der Preis dafür die Aufgabe seines Rechts auf das eigene Leben ist keine Gesellschaft kann für das Leben des Menschen von Wert sein wenn der Preis dafür die Aufgabe seines Rechts auf das eigene Leben ist also wenn ich um in einer Gesellschaft zu leben mein eigenes Recht auf Leben aufgeben muss dann kann das für das Leben des Menschen nicht von Wert sein und natürlich wieder zurück zu Bill Gates Bill Gates unterwirft sich dem Diktum des Altruismus dass er nach dem nach den Regeln der Gangster und also der Gangster des Staatsapparates und der Untiere der Akademiker die das intellektuelle die intellektuelle Munition für den Staatsapparat liefern unterwirft er ist ein Opfertier was für seinen Erfolg auch noch bestraft wird ein fettes Lamm das man gut schlachten kann wo sich dann die Schmarotzer einen Abend dran laben können um dann am nächsten Tag zu verhungern und natürlich wenn das immer so weiter ginge mit den Leuten mit den produktiven Leuten die immer weiter ausgebeutet werden und abgeschlachtet werden geopfert werden dann würden wir wahrscheinlich bald in eine Welt kommen wie sie in Atlas Shrugged existiert eine Welt wo sich vielleicht einer mal hervortut ein John Galt der sagt Leute es ist genug ich werde auf ich werde streiken gehen ich arbeite nicht mehr für euren Verdienst ich werde mich nicht mehr als Opfertier für euch darbieten sondern ich mache ich sezidiere ich baue mir mein eigenes Reich werde dort alle produktiven Leute einladen und dort in Frieden und Harmonie leben das politische Grundprinzip der objektivistischen Ethik lautet und wir erinnern uns Politik wird abgeleitet aus Ethik und Leute jetzt kommt hier der Juice hier raus das politische Grundprinzip wir interagieren Menschen miteinander der objektivistischen Ethik lautet niemand darf die Anwendung körperlicher Gewalt gegen andere Menschen initiieren initiieren ist hier kursiv gedruckt das ist hervorgehoben wir reden nicht davon dass Gewalt per se schlecht ist wir sind keine Pazifisten wenn wir Objektivisten sind sondern wir sind gegen die Erstanwendung von Gewalt Rothbard würde sagen das Non Aggression Principle das Nicht Aggressions Prinzip das wir niemals Aggression gegen andere Menschen anwenden dürfen und das ist eben auch das politische Grundprinzip des Objektivismus ja und eigentlich wenn wir jetzt konsequent sind dann resultiert daraus eine anarcho kapitalistische Gesellschaft gut so weit hat Ayn Rand dann nicht gedacht sie war der Meinung wir brauchen einen Minimalstaat der sich zwar durch freiwillige Steuerabgaben finanziert aber das hatte ich ja auch in der letzten Folge schon angesprochen wenn das dann wirklich ein konsequenter Minimalstaat sein würde der tatsächlich sich an dieses Nicht-Aggressionsprinzip hält dann müsste er auch Konkurrenz zulassen und dann wären wir einfach in einer privaten Rechtsgesellschaft Kein Mensch und auch keine Gruppe keine Gesellschaft und kein Staat hat das Recht die Rolle eines Kriminellen einzunehmen und die Anwendung körperlicher Gewalt gegen einen Menschen zu initiieren Der Mensch hat das Recht körperliche Gewalt nur als Vergeltung und nur gegen die anzuwenden die ihre Anwendung initiieren das heißt Selbstverteidigung Das hierin enthaltene ethische Prinzip ist klar und deutlich Es ist der Unterschied zwischen Mord und Selbstverteidigung Ein Räuber will einen Wert Reichtum erlangen indem er sein Opfer tötet Das Opfer wird nicht dadurch reicher dass es einen Räuber tötet Das Prinzip lautet Niemand darf irgendeinen Wert von anderen erlangen indem er zu körperlicher Gewalt greift Und ich möchte hier auch hervorhegen körperliche Gewalt Der nächste Step von den Status Quo Akademikern wäre jetzt zu sagen Ja ja Gewalt ist auch Hate Speech und so weiter Aber Ein Rens sagt hier ganz klar körperliche Gewalt Also wenn ich dich ein Hurensohn nenne dann ist das keine körperliche Gewalt Ja also da kannst du nicht auf einmal mit einem Baseballschläger daherkommen und sagen ich mache jetzt hier Selbstverteidigung indem ich dir den Schädel zertrümmer sondern das wäre dann Aggression Okay Der einzig legitime moralische Zweck einer Regierung besteht darin die Rechte des Menschen zu schützen Das heißt ihn vor körperlicher Gewalt zu schützen Sein Recht auf sein Leben auf seine Freiheit auf sein Eigentum und auf sein Streben nach Glück zu schützen Ohne Ohne Eigentumsrechte sind keine anderen Rechte möglich Ja gut Mit dem letzten Satz bin ich natürlich 100% konform Ohne Eigentumsrechte sind keine anderen Rechte möglich weil ich denke Eigentumsrechte sind das Zentrale Das eine Recht aus dem sich die Redefreiheit die Pressefreiheit die Assoziationsfreiheit die Bewegungsfreiheit und so weiter wo sich daraus alles ableitet Die Religionsfreiheit Pipapo Eigentumsrechte sind absolut und wenn wir keine Eigentumsrechte haben dann haben wir überhaupt keine Rechte und ja kleiner Spoiler Alert in Deutschland gibt es keine Eigentumsrechte ja Du bist ein Sklave mein Freund Ich lache jetzt gerade nur weil sie sagt ja der einzig legitime moralische Zweck einer Regierung besteht darin die Rechte des Menschen zu schützen ja das heißt ihn vor körperlicher Gewalt zu schützen und sein Recht auf Leben Eigentum und Freiheit das Streben nach Glück zu schützen okay also wichtig hier das Recht auf Leben auf Freiheit auf das Streben nach Glück das war ja auch in der amerikanischen Konstitution oder Unabhängigkeitserklärung ich weiß jetzt nicht mehr genau festgehalten ja Life, Liberty and the Pursuit of Happiness ganz toll liebe Leute ihr habt da nur einen wichtigen Punkt vergessen und das ist Property ja wenn wenn in der Konstitution drinsteht dass das Recht auf Leben Freiheit das Streben nach Glück und Eigentum ist absolut ja dann gäbe es keine Steuern dann gäbe es kein Militärindustriekomplex dann gäbe es kein Prison Industrial Komplex ja dann gäbe es kein War on Drugs und so weiter aber dieses diesen kleinen Einschub haben sie versäumt und ja wo führt das uns hin oder wo hat es uns hingeführt also ich glaube eine Regierung hat keinen legitimen und moralischen Zweck beziehungsweise einfach das Wort Regierung hier zu benutzen ist fehlgeleitet ja also klar ich kann mein mein Recht auf Selbstverteidigung kann ich outsourcen kann ich sagen hey Organisation XY ich beauftrage euch mit meiner Selbstverteidigung das heißt ihr stellt mir ein Bodyguard zur Verfügung 24 7 und wenn mir was passiert dann müsst ihr dafür blechen aber ich würde das nicht eine Regierung nennen eine Regierung ist für mich etwas unfreiwilliges etwas das Gebrauch vom politischen Mittel macht ok wir werden oder ich werde nicht versuchen in diesem kurzen Vortrag ja kurz my ass die politische Theorie des Objektivismus zu diskutieren ja also Politik wird außen vor gelassen wer daran interessiert ist findet sie ausführlich in Atlas Shrugged dargelegt ich möchte nur sagen dass jedes politische System auf einer ethischen Theorie basiert und von ihr abgeleitet ist und dass die objektivistische Ethik von dem politisch ökonomischen System benötigt wird welches heute auf der ganzen Welt zerstört wird und zwar genau aus Mangel an einer moralischen philosophischen Verteidigung und Gültigkeitserklärung das ursprüngliche amerikanische System Kapitalismus wenn es zugrunde geht wird es durch Unterlassung untergehen und zwar unentdeckt und unidentifiziert kein anderes System ist je so verzerrt verfälscht und verleumdet worden wenige Leute wissen heute was Kapitalismus ist wie er funktioniert und wie seine eigentliche Geschichte aussieht wenn ich Kapitalismus sage meine ich vollen reinen unkontrollierten unregulierten laissez-faire Kapitalismus ich sag dazu Anarcho Kapitalismus mit mit einer Trennung von Staat und Wirtschaft in gleicher Weise aus den gleichen Gründen wie die Trennung von Staat und Kirche ein reines kapitalistisches System hat bis jetzt noch nie existiert nicht einmal in Amerika verschiedene Abstufungen von staatlicher Kontrolle haben es von Anfang an untergraben und verzerrt Kapitalismus ist nicht das System der Vergangenheit es ist das System der Zukunft Wer für die Geschichte und die psychologischen Ursachen des Verrats der Philosophen am Kapitalismus interessiert ist der findet sie im Titelessay meines Buches für den neuen Intellektuellen also könnt ihr da nachlesen dieser Vortrag beschränkt sich auf das Thema Ethik ich habe die nötigsten Grundsätze meines Systems präsentiert doch sie sind ausreichend um anzudeuten in welcher Weise die objektivistische Ethik die Moral des Lebens ist im Gegensatz zu den drei ethischen Hauptrichtungen der mystischen der gesellschaftlichen und der subjektiven welche die Welt in ihren gegenwärtigen Zustand gebracht haben und die die Moral des Todes repräsentieren also Vortrag hier geht nur um die Ethik nicht um die Politik das haben wir jetzt hier gerade nur so ein bisschen angekratzt und sie sagt jetzt hier die Grundsätze die sie präsentiert hat sind ausreichend eigentlich um die Moral des Lebens also Kapitalismus und Eigentumsrechte im Kontrast zu den Gegnern zu verteidigen und die Gegner sind eben Mystizismus also es gibt es gibt etwas super natürliches das der Papst Franziskus deuten kann er ist sozusagen das Blasrohr Entschuldigung das Sprachrohr Gottes und er interpretiert den Willen Gottes und wenn der sagt Kondome sind schlimm dann ist das so er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen gut ich glaube jetzt der Franziskus ist nicht so gegen Kondome aber es gab ja durchaus Päpste die dagegen waren also das Mystische dann das Gesellschaftliche das sind die Utilitaristen die sagen ja das größtmögliche Glück für die größtmögliche Menge das ist das Nonplusultra das wir verfolgen wollen natürlich lassen sie komplett außen vor dass man das Glück unter den Menschen nicht vergleichen kann oder aufsummieren kann ja und das natürlich auch Glück immer ja im Auge des Betrachters liegt und damit kommen wir auch zum Subjektiven ja die sagen dann ja die Welt ist subjektiv es gibt keine Absolutheit es gibt keine Wahrheit ja es gibt nur deine Wahrheit und meine Wahrheit und die können sich zwar widersprechen aber trotzdem koexistieren und so weiter und das sind die Moralen des Todes okay diese diese drei Schulen weichen nur in ihrem Ansatz nicht aber in ihrem Inhalt voneinander ab inhaltlich sind sie bloß Varianten des Altruismus der ethischen Theorie die den Menschen als Opfer Tier ansieht und die behauptet dass der Mensch keine Rechte habe nur um seiner Selbstwillen zu existieren dass Dienst an anderen die einzige Rechtfertigung des eigenen Daseins sei und dass Selbst Aufopferung die höchste moralische Pflicht die höchste moralische Tugend und der höchste moralische Wert sei die Unterschiede liegen nur in der Frage wer wem geopfert werden soll Altruismus hat den Tod als höchstes Ziel und Wert Maßstab und es ist logisch dass Verzicht Resignation Selbstverleugnung und jede andere Form des Leides einschließlich Selbstzerstörung die Tugenden sind die er vertritt und dies sind logischerweise die einzigen Dinge die Altruisten je erreicht haben und erreichen können also ein Rant sieht alle diese Schulen als Auswuchs des Altruismus und natürlich als starker Gegenpool des Altruismus ist der Egoismus dass ich eben nicht um mein Dasein zu rechtfertigen für andere Leute leben muss oder mich gar aufopfern muss sondern dass ich für mich selber leben kann dass ich ein Selbstzweck bin dass mein Leben mir so wichtig ist dass ich es nicht aufopfer dass ich den Stolz und die Würde habe zu sagen ich werde dir nichts Unverdientes geben was wenn du fünf Euro von mir haben willst dann mähe meinen Rasen dann gebe ich sie dir ja dann tauschen wir Wert für Wert aber ich werde sie dir nicht einfach so geben beachten sie dass diese drei ethischen Richtungen lebensfeindlich sind nicht bloß inhaltlich sondern auch in ihrem methodischen Ansatz also jetzt geht es um die Methodik die mystische Theorie der Ethik basiert ausdrücklich auf der Annahme Ethik jenseits des Grabes liegt mit den Gesetzen oder Erfordernissen einer anderen übernatürlichen Dimension dass Ethik für den Menschen unmöglich zu praktizieren ist dass sie für das Leben des Menschen auf der Erde nicht geeignet und abträglich ist dass der Mensch daran selbst schuld ist und während seines gesamten Lebens leiden muss um für die Schuld zu büßen dass er das Unmögliche nicht praktiziert das Momentum für diese Theorie der Ethik ist das finstere Mittelalter das Monument für diese Theorie der Ethik ist das finstere Mittelalter also das ist so für mich natürlich ich kenne jetzt das Christentum am besten und im Christentum ist das natürlich sehr zentral dass wir alle Menschen gleich lieben sollen liebe deinen Nächsten wie dich selbst das ist unmöglich ich kann nicht alle Menschen gleich lieben manche Menschen haben die Werte die ich auch vertrete die schätze ich die liebe ich und andere Menschen vertreten genau das Gegenteil von den Werten die ich halte und diese Menschen hasse ich das ist eine ganz natürliche Reaktion das sind diese Emotionen die aus den Werten im Unterbewusstsein heraus resultieren und sich dagegen zu sträuben ist unmenschlich das ist unmöglich und eine Ethik beziehungsweise ein Moralkodex der sowas fordert ist nicht für den Menschen auf Erden gemacht und danach zu streben wird immer im Scheitern resultieren und dann natürlich wenn ihr euch mal ein bisschen näher mit dem Christentum beschäftigt habt da gibt es diese Story von den Original Gangstern Adam und Eva die im Garten Eden sitzen und dann die Frucht des Baums des Wissens snacken und dann halt ja das nennt sich der Sündenfall und dafür müssen die Menschen die ganze Menschheit du und dich heute auch aus dem Paradies ausgeschlossen werden ja und im Alten Testament mussten ja die Juden dann Tiere opfern und so weiter die dann ihre Sünde absolvieren und selbst wenn sie perfekt leben ja selbst wenn sie all die 10 Gebote einhalten und wirklich zu 99,999999% perfekt sind sie werden nie 100% perfekt sein weil sie ja immer noch nachfahren von Adam und Eva sind und das ist für mich einfach so komplett unverständlich beziehungsweise ich verstehe es ich weiß es nur vehement von mir das ist genauso wie wenn jemand sagt ja du bist für die Verbrechen der Nazis verantwortlich sorry bro ja nach 1945 geboren ich hatte damit nichts zu tun und ich übernehme dafür auch keine Verantwortung ja das ist was unverdientes und als guter Egoist wie mich einen Rant erzogen hat weise ich das ab gut das war die mystische Theorie der Ethik die gesellschaftliche Theorie der Ethik ersetzt Gott durch Gesellschaft und obwohl sie behauptet dass ihre Hauptsorge das Leben auf Erden sei ist es nicht das Leben des Menschen nicht das Leben des Individuums sondern das Leben einer körperlosen Entität des Kollektivs welches in Bezug auf jedes Individuum aus jedem außer ihm selbst besteht also das hat Rothbard auch so schön gesagt wer ist denn diese ominöse Gesellschaft das sind ja irgendwie alle Leute außer ich selbst jetzt weil sonst wenn es ich auch selbst wäre dann müssten wir sagen die Juden haben einem Suizid zugestimmt und wenn ich ausgeraubt werde und meine Steuern blechen muss dann ist das ja eigentlich nur so ich zwinge mich selber dazu und wenn ich ins Gefängnis komme dann zwinge ich mich selber dazu da zu sein und ja das ist einfach Kollektivismus a la Marx und so weiter a la Lenin a la Stalin entsprungen ist ja wir haben das Kollektiv das Volk das slawische Volk ja Arbeiter versammelt euch ihr seid das Kollektiv aber wenn es dann um einen konkreten Fall geht dann bist du nicht das Kollektiv ja dann ist der was heißt ich der Oberrat der Entscheidungsfälle und so weiter und so fort soweit es das Individuum betrifft besteht seine ethische Pflicht darin ein selbstloser stimmloser rechtloser Sklave für jedes Bedürfnis und jede Forderung zu sein die von anderen gestellt wird das Motto Dog Eat Dog also Hund Friss Hund oder Fressen oder Gefressen werden das weder auf Kapitalismus noch auf Hunde anwendbar ist ist auf diese ethische Theorie sehr wohl anwendbar die Monumente für diese Theorie sind Nazi Deutschland und Sowjet Russland beides Nazi Deutschland und Sowjet Russland ich buchstabiere das mal kurz aus Nationalsozialismus Deutschland und Internationalsozialismus Russland oder Sowjet Russland das sind beides hochkollektivistische Systeme gewesen ja also sowohl Hitler hat an das deutsche Volk appelliert als auch Stalin an die slawischen Völker und das war immer so ja wenn du der eine Bauer bist der da am verhungern ist ja scheiß mal auf dich es geht hier um was viel größeres was du gar nicht begreifen kannst ja es ist nicht Gott Gott ist tot und den bringen wir auch nicht zurück sondern es ist der Führer es ist das Volk es ist das Kollektiv wo finden wir sowas heute noch ja heute im 21. Jahrhundert finden wir das auch bei den Klima Alarmisten ja die dann sagen ja ja das ist auch das Kollektiv wir sind alle eine Menschheit ein Planet und so weiter und so fort und ja das ist der Kollektivismus im neuen Gewand gut soviel zur gesellschaftlichen Theorie also eigentlich genau das gleiche wie die mystische Theorie nur dass wir Gott durch Gesellschaft ersetzen durch das Kollektiv und damit kommen wir zur subjektivistischen Theorie der Ethik und zwar ist die genau genommen keine Theorie sondern eine Negation der Ethik eine Verneinung der Ethik und weiter sie ist eine Negation der Realität nicht nur eine Negation des menschlichen Lebens sondern allen Lebens nur wer ein fließendes plastisches unbestimmtes heraklitäres Universum vertritt kann sich erlauben zu denken oder zu predigen dass der Mensch keine objektive Handlungsprinzipien braucht dass die Realität ihm einen Blankoscheck auf seine Werte ausstellt dass alles was er für gut oder böse hält erlaubt ist dass seine Launen ein gültiger moralischer Maßstab sind und dass die einzige Frage lautet wie man damit durchkommt das Monument dieser Theorie ist der gegenwärtige Zustand unserer Kultur Ja Also ich habe neulich auf Twitter so ein Video gesehen von einem genderfluiden Typen glaube ich das war ursprünglich ein Penisträger ich glaube man sollte wir hören jetzt auf von Frauen und Männern zu reden wir reden jetzt von Muschieträgern und Penisträgern also das war glaube ich ein Penisträger und der hat gesagt wie schlimm das doch ist für ihn die Haare schneiden zu gehen weil er ja kein Mann und keine Frau ist und dann wollen die Friseure immer wissen ja was bist denn jetzt und das ist so ja dieser ganze Genderwahn das ist Subjektivismus pur alles ist ein gesellschaftliches Konstrukt es gibt keine Realität es gibt keine objektive Wahrheit es gibt keine absolute ja die beste Antwort wenn jemand sagt es gibt keine absolute Wahrheit musst du fragen ist diese Aussage denn dass es keine absolute Wahrheit gäbe denn absolut ist das immer wahr das ist ein Widerspruch in sich das ist so ein fatal error da ist eigentlich ja blue screen of death system shutdown NPC kaputt aber dieser Subjektivismus das ist so das ja was unsere heutige Zeit auch noch prägt mit dem ganzen Postmodernismus Gender Wahn und so weiter und so fort ja okay nicht die Unmoral ist für den Zusammenbruch verantwortlich die jetzt die zivilisierte Welt zu zerstören droht sondern die Art von Moral die man den Menschen beigebracht hat die Verantwortung dafür tragen die Philosophen des Altruismus sie haben keinen Grund beim Anblick ihres Erfolges schockiert zu sein und kein Recht die menschliche Natur zu verdammen die Menschen haben ihnen gehorcht und ihre moralischen Ideale vollständig in der Realität umgesetzt ist die Unmoral ist nicht die Unmoral ist für den Zusammenbruch verantwortlich sondern die Philosophen des Altruismus und natürlich dann die Leute die durch gesellschaftliche Osmose oder durch Imitation oder durch Autorität diesen Propheten des Untergangs gefolgt sind und deswegen genau deswegen ich lese den letzten Satz noch mal vor die Menschen haben ihnen gehorcht also ihnen den Philosophen des Altruismus und ihre moralischen Ideale vollständig in die Realität umgesetzt und deswegen weil das letztendlich ein Kampf der Ideologien ist beginnt die Revolution in deinem Kopf in jedem von unseren Köpfen wir sind alle Selbstzwecke in uns selbst und wenn wir das einmal erkannt haben wenn wir die Philosophie des Altruismus abgestoßen haben und für das Böse erkannt haben dass sie tatsächlich ist dann sind wir schon frei und wenn das genügend Menschen machen dann ist diese Philosophie zum Tode verurteilt die Philosophie des Todes ist zum Tode verurteilt sie bekommt das was sie eigentlich verdient okay die Philosophie und wir kommen jetzt kurz zum Ende das sind jetzt die zwei letzten Paragrafen in diesem ewig langen Kapitel die Philosophie bestimmt die Ziele des Menschen und seinen Weg und nur die Philosophen können ihn jetzt noch retten heute steht die Welt vor einer Entscheidung wenn die Zivilisation überleben soll so müssen die Menschen die altruistische Moral ablehnen und damit bist du gemeint lieber Zuhörer ich rede jetzt genau in dein Ohr du musst diese altruistische Moral erkennen und bestenfalls abstoßen damit wir ja hoffentlich in eine hellere Zukunft blicken als sie momentan gezeichnet wird ich werde schließen mit John Gauls Worten welche ich so wie er an alle Anhänger des Altruismus richte ich habe Furcht Zitat ihr habt Furcht als Waffe gebraucht und dem Menschen den Tod als Strafe für die Ablehnung eurer Moral gebracht wir bieten ihm das Leben als Belohnung für die Annahme der unseren Zitat Ende und damit sind wir fertig mit dem ersten Kapitel mit diesem sehr langen Kapitel also nochmal zum letzten Paragrafen die Altruisten kommen dir immer mit der Strafe mit den negativen Konsequenzen wenn du nicht unsere Moral annimmst dann kommst du dann wirst du mit dem Tode dafür bestraft so nach dem Motto wenn du nicht Gott akzeptierst dann wirst du in der Hölle schmoren für immer und forever and always und das ist nicht die Art wie wir Objektivisten und ich sag jetzt wir Objektivisten ich fand das wirklich sehr gut das Kapitel wie wir an die Sache rangehen sondern wir gehen an die Sache ran hey wir können oder diese Moral diese Philosophie kann dein Leben jetzt verbessern sie kann dich jetzt zur Glückseligkeit bringen wenn du diese drei Kardinaltugenden von Rationalität Produktivität und Stolz lebst wenn du deine Wurfbahn so änderst um nochmal auf Jordan Peterson zurückzukommen dass du nicht die Klippe runter fliegst sondern produktiv lebst und einfach dich selbst als Selbstzweck siehst und auch keine Entschuldigung dafür triffst das ist nichts warum man sich verstecken muss lieber Herr Gates sondern das ist etwas worauf man stolz sein kann und ja gut das war jetzt lang und ich hoffe viele haben es bis zum Ende geschafft ich bin echt froh ich fühle mich jetzt stolz ich muss gerade ehrlich sagen ich fühle mich stolz dass ich diese 40 Seiten oder 30 Seiten was auch immer es waren durchgezogen habe mit euch ich hoffe das hat man verstehen können ich hoffe ich habe da gut genug vorgelesen dass ihr nicht so oft zurückskippen musstet um die Sachen wirklich zu verstehen wenn ihr es tatsächlich selber nochmal lesen wollt dann kauft euch das Buch die Tugend des Egoismus und ja also ich bin da jetzt stolz drauf ich habe produktive Arbeit gemacht und ich hoffe dass ich vielleicht in dem einen oder anderen Kopf des Zuhörers etwas bewegen konnte dass ihr eben dass euch so die Schuppen von den Augen fallen dass ihr nicht mehr geblendet werdet mit Scham und Sünde die euch vorgeworfen werden sondern dass ihr mit Selbstachtung und Stolz aus dieser Episode herausgehen könnt und euch überlegen könnt gut ich lebe schamlos für mich selber was möchte ich denn erreichen was ist denn mein Ziel im Leben was möchte ich verwirklicht sehen und und dann auch tatsächlich manifestieren könnt in der Welt soviel zum Buch jetzt dann noch in eigener Sache bei mir persönlich hat sich jetzt viel geändert in der letzten Zeit ich bin umgezogen lebe jetzt am Meer gerade wo ich diese Worte spreche kann ich den Sonnenuntergang über dem schwarzen Meer beobachten ich sehe Vogelschwärme von Möwen es ist wirklich fantastisch hier es sind über tausend Vögel im Himmel und nochmal tausend die auf dem Wasser schwimmen das ist echt krass das sieht aus wie so ein Bienenschwarm in einem Comic der der da am Horizont vorbeizieht deswegen war jetzt halt in der letzten Zeit das schwierig mit aufnehmen aber wir kommen jetzt hier in eine Zeit des der Konsistenz wo ich ja nichts zu tun habe außer euch praktisch zu bespaßen und ich habe mir da in der letzten Zeit ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht und mir macht das sehr viel Spaß hier und ich würde das gerne zu einem Side Hustle weiterentwickeln und ich habe mir da auch überlegt ich müsste da mehr dafür machen dass ihr es leichter habt mich zu unterstützen und dass ich da eventuell auch sogar von leben kann ja also ich ich will jetzt nicht sagen ich möchte mir eine schicke 200 Quadratmeter Wohnung kaufen und immer Kaviar essen oder so sondern einfach so dass es für die Basics reicht und was ich mir da jetzt überlegt habe ist folgendes und bitte lasst mich in der AA Diskurs Telegram Gruppe wissen was ihr davon haltet ich weiß jetzt zum Beispiel Max hat da schon dafür gestimmt dass jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt 80 Leute in dieser Gruppe drin habe und jeder von euch würde mir 2 Euro spenden im Monat dann hätte ich schon 180 Euro im Monat was hier eine halbe Miete ist das ist wortwörtlich die halbe Miete und genau deswegen möchte ich da gerne weiter in die Richtung gehen und was ich mir gedacht habe ich könnte einen Newsletter aufsetzen beziehungsweise kein Newsletter jetzt im Sinne von hey hast du schon hier die neue Folge gehört sondern eher im Sinne von Patreon aber dezentral und selbst gehostet das heißt ich mache einen E-Mail Verteiler ihr könnt euch bei diesem E-Mail Verteiler mit einer E-Mail Adresse anmelden und einen Betrag bestimmen sagen wir jetzt mal ein Bitcoin kein ganzer Bitcoin sagen wir mal 10 Euro im Monat und dann schicke ich euch ja vollautomatisiert jeden QR-Code drin wo der Betrag schon drin codiert ist das heißt ihr müsst die eigentlich nur noch mit einer Mobile Wallet scannen oder ihr kopiert das in eine Desktop Wallet rein und gebt den Betrag selber ein und müsst dann eigentlich nur noch auf senden klicken und der Vorteil ist jetzt also dass es von mir gehostet das heißt ich kann nicht von Patreon gebannt werden oder so und ihr könnt mich unterstützen ja und ich weiß nicht ob ich da euch irgendwelche Rewards geben soll ja dass ich dann sage hey wenn du willst ab nehm was weiß ich ab nehm spende von über 2 Euro nenne ich dich auf meiner Webseite als Spender ja wenn du das willst oder ich erwähne dich in der Folge ja so am Anfang dieser Folge ist gesponsort von dem dem und dem und ja genau also ist dieser Rundbrief wobei mir jetzt auch gerade einfällt man kann das natürlich auch über Telegram machen ja wir kommunizieren natürlich viel über Telegram keine Ahnung so ein Support Bot ich wollte mich eh mit Telegram Bots genauer beschäftigen der euch dann einmal im Monat anfunkt und sagt ey jetzt hast du die Möglichkeit zu spenden ich weiß dass das nervig ist ja und ich muss persönlich sagen ich selber ich spende auch nicht so viel ich spende ich spende auf jeden Fall was ja und ich finde das auch gut aber da ich ja selber mich jetzt durch Spenden finanziere und das auch so als Standbein etablieren will ist es natürlich auch schwierig wenn ich da jetzt anderen Leuten weiter was spende okay nichtsdestotrotz das ist so meine Überlegung wie gesagt ich will das gerne mehr machen ja öfter Folgen rausbringen Michael in der Telegram Gruppe hat schon gemeckert dass er nichts beim Autofahren hat anzuhören und so weiter diese dreieinhalb Stunden sind jetzt auf jeden Fall Material für die eine oder andere Autofahrt aber wie gesagt ich würde das gerne ausprobieren so als ja Philosoph des 21. Jahrhunderts den Weg zu beschreiten konform der Prinzipien die ich hier propagiere mit freiwilliger Assoziation und so weiter deswegen ich möchte meine Folgen eigentlich nicht hinter einem Paywall packen weil ich dann denke ich erreiche weniger Leute aber trotzdem hätte ich halt gerne was dafür weil das natürlich für mich auch Arbeit ist ihr könnt euch ja denken wenn ich hier dreieinhalb Stunden eine Folge aufnehme dann ist das noch Aufwand die nachzubearbeiten und so weiter und so fort und ja genau soweit so gut lasst mich wissen was ihr denkt beziehungsweise ich werde das vielleicht auch schon mal selber in die Wege leiten und dann könnt ihr euch einfach eintragen wenn ihr da Lust habt und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und dann bis zum nächsten Mal bis denne